Ich werde jetzt einen ganz furchtbar schweren, trockenen, drei Stunden langen Vortrag halten und wer jetzt noch fliehen will, möge das gleich tun, ansonsten wird die Tür abgeschlossen. Nein, was ich damit scherzhaft andeuten will, du sitzt schon vor der Tür, okay, ist nur, dass es wird keine, falls das jemand fälschlicherweise erwart haben sollte, es wird keine Wahlkampfveranstaltung, weil ich nie welche mache und die immer langweilig finde, sondern es wird ein ganz normaler, hoffentlich nicht langweiliger und für euch informativer inhaltlicher Vortrag zu dem Thema Ökologie und Kapitalismus, Klimakatastrophe und was so alles damit zusammenhängt. Und ich werde nicht, das will ich gleich betonen, ich werde nicht sozusagen die jüngsten Katastrophenmeldungen vorlesen vom Artensterben bis hin zu sonst was und Dürre- und Wüstenausbreitung, weil ich setze voraus, dass diese aktuellen Sachen ungefähr in euren Köpfen sind und das fände ich langweilig, wenn ich das nochmal vortrage. Ich will versuchen, Dinge vorzutragen, Ereignisse, historische Abläufe, Denkkonzepte, Praktiken, die vielleicht nicht so im Mittelpunkt der üblichen Diskussion stehen, weil ich beobachte, dass die Reaktionen auf die Klimakatastrophe zum Teil auch in gewisser Hinsicht ein Problem sind und das will ich nachher gerne erklären, wenn es jemanden interessiert. Also es wird vielleicht anders, als ihr euch das vorstellt. Erstmal als Zielbestimmung gesagt, worum es eigentlich geht. Es geht darum, dass alle Menschen die Möglichkeit haben und das ist der Sinn unserer Existenz, so wie ich das definiere. Und das tut jeder für sich selbst und da ist kein Gott und kein abstraktes Naturgesetz oder irgendwas anderes und kein Prophet, sondern die Definition des Lebens ist der Sinn der Existenz, ist, dass Menschen und zwar alle Menschen die Möglichkeit haben, ihre Möglichkeiten, ihre Potenziale, ihre Interessen frei zu entfalten. Die Voraussetzung dafür sind zwei Sachen. Das eine ist die biologische, die materielle, die stoffliche Seite, dass Menschen genug zu essen und zu trinken haben, eine Luft, die gesund für sie ist, ein Klimazustand, der für sie eine gute ökologische Grundlage ist für ihre Existenz und dass es soziale Gleichheit gibt. Das heißt, die materielle Voraussetzung ihres Lebens so ist, dass sie sich auch wirklich entfalten können und nicht zu arm sind oder an den Rand geworfen, um das tun zu können. Menschen haben eine biologische und eine soziale Seite. Das wende ich gern in Diskussionen mit Esoterikern an, wenn die dann ankommen, der Geist ist so wirksam und nur der Geist bewegt sich und da oben schwebt was in den Wolken, wo man andocken kann, dann sage ich immer sehr gerne, okay, hör mal auf zu essen und zu trinken und zu atmen, dann wirst du schon sehen, wie viel materielle Basis auch der idiotischste Gedanke verlangt, um sich überhaupt ausdrücken zu können. Das heißt, der Mensch ist Natur und Kultur, ist Verstand, gibt ihm die Möglichkeit, im Gegensatz zu anderen Lebewesen über Natur, über seine gesellschaftlichen Beziehungen zu reflektieren, sich in Rebellionen zu versetzen oder in Unterwerfung, was auch immer, alles Eigenschaften, die andere Lebewesen nicht haben. Ohne materielle Basis kein Verstand und keine gesellschaftliche Entwicklung. Unser soziales Leben hat, wie gesagt, diese biologische Seite. Ohne erträgliche Temperaturen gibt es auch keine Revolten. Oder knapp davor, aber dann nicht mehr, weil die Menschen sterben oder krank werden oder sehr schwäch. Ohne das zu ernährende Hirn kann er nicht denken, eben weder über sein gesellschaftliches Sein noch über sein Verhältnis zur natürlichen Umwelt reflektieren. Und ohne seinen Verstand, der diese Grundlagen unbedingt besitzen muss, kann ein Mensch auch die Waffe gegen unfreie Verhältnisse nicht schmieden, nämlich die Waffe der Kritik für den Weg aus der Unmündigkeit. Die wirkliche Freiheit des Menschen hat als ihre eine Bedingung die soziale Gleichheit und als ihre andere, wie gesagt, einen Zustand von Natur, in dem Menschen, und zwar alle, gesund leben können. Wir kommen der Befreiung des Menschen heute aber nicht einmal nahe, sondern die Probleme von der Armut über den Hunger, über Kriege, Dürrenbildung und Klimakatastrophe werden eher krasser und schlimmer. Was ist Kapitalismus und woher kommt dieses Biest, der ist ungefähr 500 Jahre alt, sehr ungleichzeitig entwickelt in der Welt, das werde ich jetzt nicht im Detail aufführen, ist aber so erfolgreich durchgesetzt, dass heute öfters allen Ernstes davon die Rede ist, dass Menschen ihn als normalen oder gar natürlichen Zustand empfinden, als alternativlos gewissermaßen. Dieser brutal hergestellte, aber stumme Zwang der Verhältnisse, so nennt Marx das, täuscht die Menschen. Sie nehmen ihr ausgebeutet werden nicht wahr, weil sie ja glauben, das ist alles normal, was sie tun und was sie erleben. Sie glauben auch manchmal, sie arbeiteten für sich, weil sie ja auch konsumieren oder ein bisschen Freizeit haben und Überschüsse für Luxus wie Urlaub oder ein Auto oder auch nur ein schickes Fahrrad anhäufen dürfen. Dieser Kapitalismus hat er, seit er vor 500 Jahren aufkam, mit ungeheurer Wucht den Feudalismus weggesprengt. Er zwang die Menschen in die Fabriken, veränderte die gesamte Organisation der Arbeit und des Lebens und machte sich die Natur untertan. Indem er die feudalen Verhältnisse umgestoßen hat, hat er uns aber keineswegs von allem befreit, was er vorfand, Patriarchat, Sklaverei und Religion. Diese Unterdrückungsformen verleibte er sich ein und modernisierte sie, um uns effizienter auszubeuten und ruhigzustellen. Diese Wandlungs- und Integrationsfähigkeit des Kapitalismus gehört zu seinen besonderen und stets unterschätzten Begabungen, mit der Ausweitung seiner Unterdrückungsformen ins noch diktatorische und autoritärere bis hin zum offenen Faschismus rettet er sich im Allgemeinen aus seinen Krisen. Es geht im Kapitalismus darum, Geld in mehr Geld zu verwandeln. Das ist fast schon alles. Produkte sind nichts als Mittel zum Zweck. Es geht auf dem kapitalistischen Markt nicht um den rationalen Austausch von Gebrauchsgütern oder um den Tausch von Brot gegen Gemüse oder irgendwelchen anderen netten Dingen, die Menschen brauchen, sondern um die Rückverwandlung von Waren in mehr Geld. Zweck der Sache ist die Realisierung des von den ausgebeuteten Arbeiterinnen in abhängiger Lohnarbeit geschaffenen Mehrwerts zur Maximierung des Profits des Kapitalisten. Um noch mehr dieser Bedürfnisse, dieser Mittel zum Zweck verkaufen zu können, müssen auch Bedürfnisse geweckt werden für Dinge, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie vielleicht brauchen. Dafür bezahlt das Kapital Werbeagenturen, damit sie den Menschen diese Bedürfnisse einreden, also fettere Autos, mehr Kleidung, Kosmetik, die angeblich jeden Tag jünger macht. Ihre Befriedigung, dieser falschen Bedürfnis, ist aber nicht der Sinn der ganzen Sache, sondern eben auch nur ein Abfallprodukt kapitalistischer Produktion. Es geht im Kapitalismus, wie gesagt, nicht um die Herstellung des Produktes, sondern um Profit, um Geld, um die Mehrung des eingesetzten Kapitals. Dafür wird unsere Arbeitskraft ausgebeutet. Die Produkte sind, wie gesagt, nur der Mittel für diesen Zweck. Der Lohnarbeitende stellt ein Produkt her. Die Differenz zwischen dem, was er oder sie an Lohn bekommt und was die Kapitalistin zum Beispiel für die Maschinen aufwendet und dem, was der Kapitalist als Preis für das Produkt erhält, ist der Mehrwert. Alles Wirtschaften im Kapitalismus. Und dieses Wissen ist eine Grundlage für alle einigermaßen fortschrittlichen Diskussionen über Ökologie. Alles Wirtschaften im Kapitalismus, alle Beschäftigungen, alle Einkommen, alle Marktprozesse sind von der erfolgreichen Mehrwertproduktion abhängig. Sie liegt auch dem Wachstumszwang im Kapitalismus zugrunde und begründet so die Konkurrenz der Kapitalfraktionen untereinander. Wachstumszwang und Konkurrenz führen zu Überproduktionskrisen, die dem Kapitalismus immanent sind und Überproduktionskrisen sehen sehr unterschiedlich aus. Das, was seit 2007 als Finanzkrise gehandelt wird, ist auch nur, nur in Anführungszeichen eine Überproduktionskrise. Das heißt, je nachdem, was für Entwicklungen vorausgelaufen sind, sieht so eine Krise sehr verschieden aus. Und selbstverständlich gibt es keine Trennung von Finanzkapital und produktivem Kapital. Wie sollte sich denn die Ware verbreiten, wenn es keinen Handel gäbe? Wie sollte investiert werden, wenn es keine Kredite gäbe? Das alles ist untrennbar miteinander verklammert. Es gab in der historischen Linken immer schon Linke, die glaubten, der Kapitalismus stürbe von allein ab oder sei reformierbar. Dafür steht zum Beispiel eine Mehrheitslinie innerhalb der Sozialdemokratie und eine Mehrheitslinie innerhalb der Arbeiterbewegung. Das führte zu skurrilen Geschichten, wie im 19. Jahrhundert gab es in der SPD eine Zeitung, die hieß Kladderer-Datsch. Und der große Kladderer-Datsch war sozusagen die Revolution. Das war ein Synonym dazu. Geboren in der Zeit der Unterdrückung unter Bismarck und der Verfolgung der Sozialdemokraten. Und so verquickte sich sozusagen die Verschleierung der Begriffe und der Sprachen und damit aber auch des Denkens mit dem Aberglauben, es gäbe so etwas wie eine Gesetzmäßigkeit, dass der Kapitalismus sich aus sich selbst erschöpfe und dass dann danach sozusagen die strahlende Sonne von Sozialismus und Kommunismus käme, ohne dass große Kämpfe nötig wären. Aber gesetzmäßig kommt sowas gar nicht. Es gab zum Beispiel für Kautsky einen der marxistischen Theoretiker des Zentrums der SPD, der glaubte an die ungebrochene Entfaltung der Produktivkräfte als das Größte. Und das gab es in großen Teilen der sozialdemokratischen Linken, der leninistischen Linken und in der Arbeiterbewegung über einen sehr, sehr langen Zeitraum, bis heute zum Teil. Diese Mehrheitstradition des Ökonomismus und des Biologismus. Aus Kautskis und anderer eindimensionale Interpretation des Marxismus entwickelte sich die sozialdemokratische Tradition, an Wissenschaft und Technik zunächst unkritisch ranzugehen. Also zu glauben, man könne das alles einfach entwickeln. Die Sachen seien prinzipiell gut. Also es gibt so ein mechanisches Denken, als ob die Zukunft ein Weg ist, den man nur finden muss. Und der ist linear, da gibt es keine Dialektik, da gibt es keine Weichen, da gibt es keine gesellschaftlichen Entscheidungen, da gibt es keine Konflikte, an denen ein Weg so oder so verlaufen kann, wie vielleicht ein großes Fischernetz mit ganz vielen Abzweigungen. Sondern es muss immer der Weg in die Zukunft, in die Strahlende gesucht werden. Der ist vorgegeben und man muss nur die Lupe nehmen oder irgendein anderes Mittel und den dann auch finden und ihnen dann nachgehen. Und die Wissenschaft und die Technik wird so entwickelt, wie sie eigentlich immer schon von irgendwem auch immer gedacht war und kann deswegen auch in künftige Gesellschaften mitgenommen werden. Sehr früh setzt ein gewisser Karl Marx mit einer Kritik am guter Programm der SPD 1875. Das ist ein sehr interessanter Text. Setzt der an, nimmt sich das Programm vor, der ihm ja sehr nahestehenden SPD und geht ran und kritisiert knallhart der Naturbegriff. Die SPD hatte die Vorstellung, für den gesellschaftlichen Reichtum, für eine sozialistische Zukunft, seien die Produktivkräfte hemmungslos zu entfalten und die Naturfrage haben sie praktisch ignoriert. Marx hat in den Randglossen zum Programm der Deutschen Arbeiterpartei, zitiert er die SPD, wie folgt, erster Teil des Paragrafen, die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums und aller Kultur. Marx widerspricht und sagt, die Arbeit ist nicht die Quelle allen Reichtums, die Natur ist ebenso die Quelle der Gebrauchswerte und so weiter und so weiter. Er kommt dann in einem anderen Text, vielleicht komme ich zu dem noch, ich weiß nicht, ob ich das, ich habe sehr viel rausgestrichen, um es nicht so lang zu machen, in einem anderen Text und sagt dazu, es gibt zwei Springquellen, berühmtes Zitat von ihm im Kapital, eins, zwei Springquellen des Reichtums, das eine sind die Naturressourcen und das andere ist die Arbeitskraft des Menschen. Das sind die Quellen allen Reichtums, das gilt bis heute. Man kann davon sprechen, wie sich das verändert und wie vielleicht mit der Gentechnik sozusagen die Natur des Menschen noch zusätzlich ausgebeutet werden kann und es dann Mischformen gibt, aber es gibt keine anderen Quellen als diese, auch wenn heute in den Zeiten der Abstraktion vieler Waren, der Nicht-Gegenständlichkeit der Scheinbaren manchmal der Eindruck entstehen könnte, als ob das nicht die Quellen des Reichtums wären, sondern irgendwo herkommt. In dieser Linken, die ich eben nur skizzenhaft und andeutungsweise kritisiert habe mit der Kauski-Linie und anderen und dem Gota-Programm, was oft vergessen wird, dass es linke Ansätze in der Geschichte immer gab, Kommunisten wie Anarchisten und andere, die einen anderen, einen fortschrittlicheren, emanzipatorischen Naturbegriff hatten. Einer ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob den hier jemand kennt, Friedrich Wolf, geboren 1888, Militärarzt, gefeuert, weil er sich an Demonstrationen gegen die Ermordung von Rosa Luxemburg und Liebknecht beteiligt hat. Er war Mitglied der KPD, er arbeitete als Landarzt und verfasste das Buch »Die Natur« als Arzt und Helfer, sehr ungewöhnliche Schrift in jener Zeit. Gemeinsam mit der Ärztin Else Jakobowicz führte er den Kampf gegen den Paragrafen 218 und schrieb das berühmte Anti-218-Theaterstück »Ciankali«. 1931 wurde er wegen einer Abtreibung denunziert und floh in die Sowjetunion. Auf dem Weg nach Spanien kam er in ein Nazi-Lager in Frankreich, wurde interniert, starb aber dann in der DDR an den Spätfolgen des Lageraufenthaltes 1953. Wolf war Jude, Kommunist, Naturheilkundler und Sozialmediziner und das macht ihn leider zu einem Angehörigen und Vertreter einer Minderheit in der historischen deutschen Linken. Er war übrigens der Vater von Friedrich Wolf und von Markus Wolf, das sei nur nebenbei erwähnt. Die haben diese Traditionslinie nicht ganz weitergeführt. Es gibt noch einen anderen, den kennt ihr vielleicht gar nicht, ich weiß es nicht, ein sozialer Ökoanarchist namens Murray Bookchin, zwar ein Freund von uns, der ist inzwischen vor ein paar Jahren gestorben, jüdisch-russische Herkunft in die USA, die Großmutter Revolutionärin in die USA ausgewandert. Der hat Anfang der 1950er Jahre etwas gemacht, was es praktisch nicht gab bis dahin, nämlich ein Buch zu schreiben darüber, wie das Leben zerstört werden kann, wenn die kapitalistische Produktionsweise so weiter betrieben wird, wie er das damals Ende der 40er, Anfang der 1950er sah und hat ein Buch darüber geschrieben, ein paar Jahre bevor dieser berühmt, im Westen jedenfalls berühmte Bestseller Stummer Frühling von Rachel Carson auf den Markt kam. Der wurde dann richtig berühmt, die Vögel sterben, also singen nicht mehr, weil die Umwelt so kaputt ist, dass sie da nicht mehr existieren können. Auch diese Linie wurde innerhalb der Linken ziemlich weitgehend oder nur an dünnen Fäden weitergeführt. Diese ökologische linke Minderheit kann sich im Gegensatz zur Kautsky und der Mehrheitslinie auf Marx und Engels stützen. Es gibt einen sehr schönen alten Text von Engels über abgeholzte Wälder in Griechenland und Italien von 1883. Frisch und lebendig. Und so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, dass wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht, sondern dass wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehen und dass unsere ganze Herrschaft über sie darin besteht, im Vorzug vor allen anderen Geschöpfen ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden zu können. Zitat Ende. Ich ergänze und eben auch ignorieren zu können mit allen heute bekannten Folgen. Und sein Freund Marx schrieb 40 Jahre davor, also vor ungefähr 163 Jahren, Folgendes. Der Mensch lebt von der Natur, heißt, die Natur ist sein Leib, mit dem er in beständigem Prozess bleiben muss, um nicht zu sterben. Dass das physische und geistige Leben des Menschen mit der Natur zusammenhängt, hat keinen anderen Sinn, als dass die Natur mit sich selbst zusammenhängt. Denn der Mensch ist ein Teil der Natur. Diese Analyse, diese materialistische Analyse der Beziehung Mensch und Natur wurde später absichtsvoll überlesen. Und jetzt habe ich das Zitat gefunden mit den Springquellen. Marx schreibt, Kapital 1, Und jetzt kommt dieser zentrale Satz, Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Wir würden das natürlich heute gendern. Und dann sagt er weiter, und das ist sehr lustig, wenn man sieht, also ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch, nee, ihr seid wahrscheinlich fast alle zu jung dafür, aber es gab mal ganz am Anfang der Grünen, den ich ja in grauen Vorzeiten mal bis 91 angehört habe, ein Plakat, was ich sehr mochte, so eine Kinderzeichnung, und da stand der Spruch drauf, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Die konservativen Grünen 1980 wussten nicht, dass es eigentlich ein leicht verwandelter Marx-Spruch war. Im Original heißt er etwas länger und etwas altmodischer so. Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer und haben sie als Boni Patres Familias, also gute Familienväter, können wir auch gendern, den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Also wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Sehr verloren gegangen ist, sehr verloren gegangen ist in der Zwischenzeit, es gab in den 80er Jahren im Westen, das war tatsächlich ein Teil der linken, der sozialistischen Ökologen innerhalb der Grünen, die das machten, Kongresse über Ökologie und Arbeit, ist heute fast nicht vorstellbar. Also wenn über Ökologie in den letzten 20 Jahren gesprochen wurde, wenn überhaupt sozusagen in bürgerlichen Kreisen und ein bisschen weiter über linke Kreise hinaus, dann ging es über Mülltrennsammlung und über, was weiß ich, irgendwelche Naturprozesse und über wie färbt man einen selbstgestrickten Pullover ungiftig und die gesunde Ernährung für die Kinder und alle solche Geschichten. Aber es ging sehr selten darum, was eigentlich mit Menschen passiert, die etwa an Fließbändern arbeiten, mit Menschen passiert, die an Baustellen arbeiten. Also es wurde nicht mehr begriffen. Es wurde vergessen, dass die ökologische Frage immer fest und untrennbar ein Teil der sozialen Frage ist. Auch die Veränderung der Arbeitsorganisationen, also die Tatsache, dass immer mehr Menschen nicht nur schlechter bezahlte Jobs in mieser abgesicherten Arbeitsverhältnissen haben, sondern auch, dass viele Menschen, die vielleicht nicht mehr direkt mit Dreck, mit Metallstäuben, mit Schwefel, mit den klassischen alten Formen zu tun, oder mit Wismut oder mit Stahlherstellung, sondern vielleicht nur in Hetze rumrasen auf ihren Fahrrädern durch den Verkehr und Pizza auszuliefern. Ich kenne keine einzige Untersuchung über die ökologischen Seite der Arbeitsbedingungen von Menschen in solchen Lohnarbeitsverhältnissen. Gibt es nicht. Es interessiert keinen und schon gar nicht das ökologisch bewusste Bürgertum, um denen mal eine abzugeben. Ernst Bloch hat einen sehr schönen Begriff von Gesundheit und zwar nicht diesen verstümmelten, amputierten Begriff von Gesundheit, der nur meint, okay, du bist krankgeschrieben, danach bist du wieder arbeitsfähig und das Arbeitsfähig rutscht drüber und wird zur Definition von Gesundheit. Sondern er sagt, Gesundheit ist ein sozialer Begriff, genau wie das organische Dasein der Menschen als Menschen insgesamt. So ist sie, also die Gesundheit überhaupt, erst sinnvoll steigerbar, wenn das Leben, worin sie steht, nicht selber von Angst, Not und Tod überfüllt ist. Ich weiß nicht, ob das Zitat zu lang ist. Natur und Kommunismus. Also ich werde es mal. Er hört so aufmerksam zu, ich riskiere es. Ich habe mal früher einen langen Text geschrieben über Kommunismus und Natur und habe versucht, diese Diskussion in Teile der Linken zu bringen. Ein Erfolg war, dass das Papier plötzlich auftauchte, unter anderem nahm in der damaligen PDS als internes Diskussionspapier. Mir spielte das jemand zu und ich erkannte jeden Satz wieder. Das fand ich ein bisschen schrill. Ich fand es ja schon verständlich, dass nach der Wende von irgendwelchen klügeren linken, grünen Texten abgeschrieben wurde, weil man irgendwie gucken wollte, wie ist die Diskussion im Westen gelaufen und jetzt wird das ganze System übergestülpt. Das kann ich alles verstehen, aber ich war nicht begeistert davon, dass mein schöner Text Kommunismus und Natur auf diese Art und Weise so frech geklaut wurde. Und immer wenn ich den Namen lese von denen, die das taten, bin ich immer noch ein bisschen grimmig. Das gebe ich zu. Also Marx formulierte, welches Verständnis von Natur im Kommunismus als der Utopie des vollständig befreiten Menschen aufgehoben ist. Zitat. Der Kommunismus als, es wird jetzt ein bisschen schwierig, aber ich liebe das Zitat sehr. Mir zuliebe hört zu. Der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums, als menschlicher Selbstentfremdung und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen. Darum als vollständige, bewusst und innerhalb des ganzen Reichtums der bisherigen Entwicklung gewordene Rückkehr des Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, das heißt menschlichen Menschen. Dieser Kommunismus als vollendeter Naturalismus gleich Humanismus, schöne Definition von Humanismus, oder? Als vollendeter Humanismus zugleich Naturalismus. Er ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen. Die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbestätigung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. Er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung. So, theoretisch und abstrakt, da wird es nicht mehr, aber das musste jetzt sein. Nur zur Begriffsklärung Produktivkräfte, wenn ich das verwende, sind Technologie, Wissenschaft, Maschinen, Werkzeuge der arbeitenden Mensch und die Wechselbeziehung unter diesen. Produktionsverhältnisse bezeichnen die sozialen Verhältnisse der Menschen in ihrer Arbeit, einschließlich der Eigentumsverhältnisse, der Arbeitsteilung und der Klassenstruktur. Und diese beeinflussen das Denken der Menschen. Das heißt auch heute in den Kämpfen, wenn es um die Frage geht, wie Klimakatastrophe bekämpfen, was tun, werdet ihr sehen, dass die soziale Lage der Menschen, mit denen da, wenn sie sich überhaupt beteiligen, gestritten wird, ganz entscheidend damit zu tun haben, zu welcher Klasse, zu welchen sozialen Milieus sie gehören und in welcher sozialen Lage sie selber leben, weil das ihr Denken, ob nun bewusst oder unbewusst, verschleiert oder nicht beeinflusst, massiv, nicht determiniert, man kann dem auch entbringen durch Reflexion, aber doch massiv beeinflusst. Und jetzt zurück zu dem Kautzkischen Arbeits-Aber-Glauben, dass Produktivkräfte per se richtig sind, dass man das nur alles fortschrittlich weiterentwickeln muss, weil Technologie und Wissenschaft durch die konkrete kapitalistische Produktionsweise für den Zweck der Profitmaximierung entwickelt wurden, diese also auf eine bestimmte Anweise formend und verformend, sperren sie sich in ihrer Gesamtheit oder in ihrem Allgemeinen gegen jegliche humane und ökologische Umformung. Das heißt, der Kugelschreiber ist kein Kugelschreiber, er könnte auch völlig anders hergestellt werden oder der Stift oder das Papier. Die Produktionsweise zu etwas führt, was vielleicht nützlich ist, muss natürlich auch überprüft werden, vom Ressourcenabbau bis zur Frage der Giftmülldeponierung. Das heißt, das Produkt selber bestimmt noch nicht, was sein Vorlauf und was seine Folgen sind. Einzelne Produkte oder Verfahren verhalten sich gesellschaftlich so neutral, dass sie mitzunehmen wären in eine Zukunftsgesellschaft, wie wir sie uns vielleicht vorstellen, vielleicht gemeinsam vielleicht auch nicht. Also die Straßenbahn und das Fahrrad, da gibt es eine ganze Menge. Aber es gibt auch Technologien, die unter anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen in gleicher Weise inhuman und antiökologisch sind. Marx nannte das Destruktiv- oder Destruktionskräfte. Ich will ein Beispiel nennen, unter keinen gesellschaftlichen Verhältnissen ist Atomenergie irgendetwas Positives für die Menschen. Erstens, weil es radioaktive Niedrigschadung im Normalbetrieb gibt und das verursacht Krebs. Zweitens, weil sie jede sogenannte, jedes sogenannte zivile Atomprogramm alles enthält, was man für Waffentechnik braucht. Und drittens, weil diese Form der Technik immer verbunden ist damit, dass es Polizeistaat und Repression gibt, weil es eben diese gefährlichen Potenziale gibt, die nicht in die Hand anderer geraten und weil man zugleich die Menschen, die besorgt sind, sozusagen befrieden, wenn ich unterdrücken muss. Also Atomenergie ist so eine Destruktivkraft, aber auch Gentechnik ist das. Und, und da ist es dosiert, also über eine große Zeit der Existenz menschlicher Gesellschaften war die Verbrennung von fossilen Ressourcen kein besonderes Problem. Das war ein Feuer und das stank und man setzte sich ein bisschen weiter vom Ofen weg oder von irgendetwas unangenehm war, um die Wärme zu dosieren. Aber inzwischen ist die Gesamtheit der Verbrennung fossiler Rohstoffe insgesamt auch zur Destruktivkraft geworden. Wenn man sich nun auseinandersetzt darüber, was man gegen Klimakatastrophe und ökologische Probleme tun kann, kommt man mit keiner Ausrede der Welt davon weg, dessel Profit unabänderlich die innere Triebkraft der kapitalistischen Produktionsweise ist. Das ändert sich auch nicht, wenn man diese Produktionsweise soziale oder ökologische Marktwirtschaft nennt oder rheinischen Kapitalismus oder irgendwelche anderen erzückenden Propagandabegriffe. Kapitalismus ist Kapitalismus ist Kapitalismus und entscheidet sich natürlich historisch und unterscheidet sich weltweit. Das hat was mit Zufällen zu tun, das hat was mit dem Verhältnis kapitalistischer Zentren und Peripherie zu tun, das hat was mit den Kämpfen der Arbeiterinnenbewegung und der Ökologiebewegung zu tun und so weiter mit vielen Faktoren, dass es verschieden aussieht. Aber die Kerngesetze sind immer die gleichen. Profit bedeutet immer, dass sich der Kapitalismus menschlicher Arbeitskraft und Naturressourcen, also diesen beiden Springquellen des Reichtums, dass er sie möglichst billig unterwerfen muss und dass er sich Verwertungsbedingungen schaffen muss, die das zulassen. Verwertungsbedingungen bedeutet gesellschaftliche Verhältnisse, indem er diese Ausbeutung so möglichst ungehemmt betreiben kann. Das ist in den Ländern der Welt auch unterschiedlich. Also es werden nicht überall Gewerkschafter wie von VW in Brasilien oder war es Argentinien an die Junta ausgeliefert, den Militärjunta, die es da gab und kommen dann zu Tode in Gefängnissen oder werden gefoltert oder ins Meer geworfen und sterben. Das wäre hier in Deutschland nicht so günstig, das käme nicht so gut und das würde zu größeren Verwerfungen führen, um es mir ein bisschen sarkastisch zu sagen, sondern das hängt ab von den jeweiligen und schon geschilderten politischen Verhältnissen. Das heißt, wenn man im Angesicht einer Klimakatastrophe steht und dann das ernst gemeint ist, die Beschreibung und wenn man das übernimmt und sagt, dem müssen wir uns stellen, dann heißt das gleichzeitig auch, dass man sich nicht die Hucke vor Lügen darf und glauben kann, dass man den Kapitalismus zu einer human-ökologischen Gesellschaft umbauen könne. Denn sein inneres Wesen steht dagegen. Das ist nicht meine Erfindung, das sind sozusagen einfach die Fakten dieser seit etwa 500 Jahre laufenden Form. Es gibt auch keinen Versuch, der je gelungen wäre, weil der immer an den Kernfragen, an den Kerninteressen zerschellt. Die Auseinandersetzungen, die ich vorhin am Beispiel von Kautsky, nur an einem Beispiel, es gibt viele, gezeigt habe, führen in die Gegenwart. Als wir in den 1970er Jahren, also in meiner Vergangenheit, meiner und von Freunden gegen Atomkraftwerke gekämpft haben, also am Kaiserstuhl in Wiel, da konnte es verhindert werden, in Brockdorf die Kämpfe, die gerade zu schlachten waren, wir konnten das Atomkraftwerk nicht verhindern, nur verzögern, Gronde, Gorleben, Kalkar und so weiter. Diese ganzen Auseinandersetzungen. In der Zeit begegnete uns eine bestimmte Fraktion der Linken, das war die DKP, angelehnt an den großen Brüder Sowjetunion und immer in Übereinstimmung mit allem, was die SED und DDR tat, haben die dann uns immer erzählt, also Atomenergie ist nur in der Hand des Kapitals gefährlich, aber in der Hand des Volkes ist es eine ganz wunderbare, fortschrittliche Technologie. Und die DKP hat eines Tages auf einem Parteitag beschlossen, sie sei für den wissenschaftlichen technischen Fortschritt, deshalb für die friedliche Nutzung der Kernenergie, also gewissermaßen die Partei beschließt und alle radioaktiven Isotope verwandeln sich in Lutschbonbons. So blind kann man sein in dem Umgang mit Destruktivkräften. Es gab auch andere Gruppen, sogenannte K-Gruppen, KBB, KBDR 0, muss man nicht mehr darüber reden, jeweils die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Strömungen und das ist nicht vorbei, das geht unterschwellig mit, lief so, dass Leute wie wir, die gesagt haben, wir sind Linke, wir sind anti-autoritäre Linke, wir sind meinetwegen auch radikale Linke, wir kämpfen gegen Atomkraftwerke und tun das aus guten Gründen, dass wir dann von solchen Fraktionen anderer Linker gehört haben, wir seien Maschinenstürmer und Technikfeinde und all solche dummen Sachen und es war ihnen außerdem höchst verdächtig, dass bei dem Kampf gegen Atomkraftwerke plötzlich Winzerinnen, Bäuerinnen mitliefen, dass da Studenten dabei waren und Hausfrauen, was hatten die denn, was hatten Künstler an vorderster Front zu suchen, das revolutionäre Subjekt war doch der Arbeiter, das heißt, es ging ihnen ein Teil ihrer sehr dogmatischen und längst überholten Analyse verloren, das ist zwar soziologisch, das Proletariat eine große Rolle, spielt aber in seinem subjektiven Gefühl dafür, dass es eine revolutionäre Kraft ist, doch etwas nachgelassen hat in den Jahrzehnten, ich beziehe mich jetzt auf die Bundesrepublik, das heißt, die Einbindung des Teils der Arbeiter bewegen die überhaupt den Faschismus überlebt hat, die zurückkam aus den Lagern, die Einbindung in den Aufschwung in der Bundesrepublik, die Einbindung in die Interessen der aufstrebenden, zur Regierungspartei aufstrebenden Sozialdemokratie, in Bad Godesberg, die Besetzung, die enge Leine, an der die DGB-Führung lief in Bezug auf die Bundesgeschäftsstelle der SPD, wenn ihr in alten Texten lest, die Baracke, dann war keine Baracke, ein Haus in Bonn, das heißt, in diesen Strukturen wuchs ein Teil hochbezahlter, sehr qualifizierter Facharbeiter auf, die voller Stolz auf ihre Berufe sozusagen den Arbeiter darstellten, die aber keinen Sinn mehr für Revolutionen hatten, weil es ihnen zu gut ging und denen das Streiken erst beigebracht werden musste, durch die Migranten, die sogenannten Gastarbeiter, die aus Diktaturen wie Portugal, Spanien, Griechenland oder auch von faschistischen Terroranschlägen bedrohten Ländern wie Italien kamen und die wussten noch, wie man kämpft, die hatten die Phase noch nicht vergessen und eine andere historische Tradition schlicht und einfach und von denen lernten dann manche deutsche Arbeiter, westdeutsche Arbeiter in den 70ern, wie man ohne Erlaubnis von Parteien oder DGB-Spitzen streikt, das war eine interessante Erfahrung. Es gibt einen sehr komischen, ich mache jetzt einen Schnitt, sonst würde das zu viel werden, ich mache einen Schnitt und sage, wie menschliche Natur und die Natur als solche zusammenlaufen und wie die soziale Frage sich auf eine geradezu perverse Art und Weise mit der Frage von Ökologie und Naturressourcen auseinandersetzt, sieht man an einem bestimmten Abschnitt der Entwicklung der Gentechnik. Es gibt ein Umverteilungsmodell, was in, habt ihr schon mal was von Bioethik gehört, das ist gewissermaßen sozusagen die für die gentechnologische Durchsetzung zuständige, Abteilung, naja, wie nenne ich das, irgendwas zwischen Propaganda und Philosophie. In Wissenschaftszeitungen dieser Herstellung kann man sehr schöne Formen von Umverteilungsmodellen nachlesen. Ein Zitat nur, um das drastisch zu bebildern, schreiben zwei junge Wissenschaftler, nach unserer Auffassung scheint es ganz natürlich zu sagen, dass die Organe lebendiger Personen lebenswichtige Gesundheitsressourcen sind, die wie alle anderen lebenswichtigen Ressourcen gerecht verteilt werden müssen. Wie macht man das? Wir könnten uns daher, so geht das Zitat weiter, gezwungen sehen, darauf zu bestehen, dass alte Menschen getötet werden, damit ihre Organe an jüngere, kritisch kranke Personen umverteilt werden können, die ohne diese Organe bald sterben müssten. Schließlich benutzen die alten Menschen lebenswichtige Ressourcen auf Kosten von bedürftigen, jüngeren Menschen. Diese Denkweise ist zur Zeit nicht sehr beliebt, diese Zitate gibt es nicht mehr so oft, aber eine Zeit lang wurde das sehr gnadenlos und sehr offenherzig diskutiert. Da kann man die soziale Frage auch klären, oder? Es gibt Umverteilungsmodelle dieser Art, ganz schaurig. Bereits der Normalbetrieb des Kapitalismus beruht darauf, dass er Mensch und Natur verbraucht und ruiniert diese beiden einzigen Springquellen des Reichtums Natur und menschlicher Arbeitskraft. Wenn Krisen kommen oder wenn sich die Verhältnisse weiterentwickeln in dieser vorhin beschriebenen Konkurrenz, dann geht es auch darum, mit immer neuen Technologien der Erde noch mehr Ressourcen abzupressen. Dann wird das natürlich jetzt in Krisenzeiten, in ökologischen Krisenzuständen wird das dann verkündet als etwas, was ganz wunderbar für die Erde ist. Das sind Ablenkungsmanöver und die halten meistens keiner Überprüfung stand, was sie für Folgekosten haben, was sie für ökologische Nachwirkungen haben, was ihre Voraussetzungen als Ressourcen und so weiter. Also neue Technik als Antwort auf die Schäden alter Techniken, die genauso rücksichtslos entwickelt wurden. Und das Zweite ist, dass menschliche Arbeitskraft bis unter die Hungergrenze verbilligt oder gleich möglichst viele Menschen durch Automation ökonomisch gänzlich überflüssig gemacht werden. Das ist also der Kapitalismus, dass wir ihn nicht einfach loswerden, indem wir beten oder esoterisch werden oder von Reformen reden, die angeblich mit ihm anzustellen sind, sondern dass er immer barbarischer, autoritärer und auch raffinierter wird. Und jetzt wieder ein Schnitt, also es ist ein bisschen Collagetechnik und jetzt stoßen wir rein in den Bereich von Gesellschaft, wenn einerseits diese Entwicklung so zerstörerisch ist für Mensch und Natur und andererseits eigentlich so viele Menschen das wissen. Warum gibt es keine Eruption? Warum gibt es keine Revolte? Warum gibt es keine Aufstände in dieser Frage? Warum gibt es keine Unruhe? Warum ist alles so merkwürdig schweigsam? Es hat natürlich damit zu tun, dass der Reichtum oder relative Reichtum, dass die gewisse Gutsituiertheit des deutschen Bürgertums sich auf 500 Jahre Kapitalismus, auf Kolonialismus, auf zwei Weltkriege, auf Faschismus, Arisierung und Zwangsarbeit nicht nur bei der Balsenkeksprinzessin und auf der gewaltsamen Enteignung der Arbeitsmittel der eigentlichen Produzenten auf Ausbeutung der Natur und der sogenannten dritten Welt beruht bis heute und dass alle, die einigermaßen was wissen über die Welt, das auch ganz genau wissen. Dass aber ihr eigenes Wohlbefinden damit zusammenhängt, dass sie das nicht in Frage stellen oder dass sie nicht sich in Unruhe Selbstverständige begeben wollen, wo das irritiert wird, wo in Frage gestellt wird, ob das richtig ist, ob man vielleicht daran was ändern sollte. Und dieses verheimlichte Wissen prägt ihren Blick auf die Welt. Von ihrem Anteil an der Beute wollen sie nicht lassen, auch die Mehrheit des aufgeklärteren Teil des Bürgertums eigentlich nicht. Das erklärt auch ihre gelegentliche Aggressivität gegenüber jeder radikal- humanistischen Kritik und ihre Sucht nach konfliktlosen harmonischen Zuständen, also zum Beispiel nach Esoterik, nach ganz viel Om und Yoga und Kreissitzen und die eigene Mitte finden und all diesem Harmoniegesülze, dass man hofft anstrengungslos zu kriegen, als ob es unter den gegebenen Unverständn, angesichts des Widerspruchs von Kapital und Arbeit, angesichts von Ausbauung des Menschen der Natur sozusagen eine Harmonie gibt, die keinen Kampf erfordern würde um sie dann vielleicht irgendwann herzustellen. Das will man nicht, also flüchtet man sich und zahlt irgendeinem Guru irgendwas. Weil doch jedes Lüpfen des schweren Teppichs, der ihre Geschäftsgrundlagen zudeckt, ihre Verbrechen und die Verbrechen, von denen sie profitiert haben und ihre Vorfahren enthüllt. Und das erklärt auch, warum jede grundsätzliche Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen so schnell als obszön stigmatisiert wird oder als geisteskrank pathologisiert oder als terroristisch denunziert werden muss. Bei der Flucht aus diesen Widersprüchen, also Menschen, die etwas nicht ändern wollen, obwohl sie wissen, es ist nicht okay, entwickeln ja verschiedene Mechanismen, entwickeln ja verschiedene Mechanismen, sich selbst die Hucke voll zu lügen, um es mal so zu sagen. Sie müssen andere Schuldige finden, dann sind plötzlich, und das ist eine riesige Debatte in der Sozialpolitik der letzten Jahrzehnte, die Armen sind selbst schuld an ihrem Elend, würden sie sich nur anstrengen, ihre Kinder ökologisch ernähren und nicht so viele schäbige Fernsehprogramme ansehen, obwohl die doch extra zu ihrer Ruhigstellung erschaffen wurden, dann ging es ihnen ja besser. Und auch die Kranken sind selbst schuld, warum sind sie nicht privat versichert? Gewiss haben sie geraucht, getrunken, in ungesunden Wohnungen, an viel befahrenen Straßen gelebt, wo man halt die Miete zahlen kann, und falsch gearbeitet, dumm gelaufen. Und die Alten sind selbst schuld, weil so unnütz und unproduktiv. Und ganz besonders groß ist aber die Selbstschuld der sogenannten Fremden. Wenn die Fremden dann von Nazis ermordet werden, sind sie durch ihr Fremdsein irgendwie doch irgendwie selbst dafür verantwortlich, weil sie sich ein bisschen anders verhalten oder anders kleiden oder eine andere Körpersprache haben oder eine unverständliche Ausdrucksweise. Wenn sie im Mittelmeer ertrinken, hätten sie nicht zu Hause in ihrer Kultur bleiben können, dann wären sie an unserer schließlich nicht zugrunde gegangen. Ist doch eine ganz logische Schlussfolgerung. Wenn sie in sogenannten Entwicklungsländern leben und dort verhungern, sind sie irgendwie auch selbst schuld, denn warum sind sie auch so viele? Und jetzt laufen bestimmte Bewegungen, ideologische Konzepte, inhumane Konzepte zusammen gegenwärtig. In den letzten wenigen Wochen konnte man sehen, dass es immer wieder Erwähnungen gibt, Berichterstattung, wo sich Folgendes mischt. Weil man ja nicht ran will an die Produktionsprozesse, also an die Metallverarbeitende Industrie, an die Chemieproduktion, an die große Agrarproduktion, an die Verkehrsstruktur, um überhaupt sozusagen die Grundlage der Klimakatastrophe ernsthaft zu bearbeiten, muss man sich ja andere Schuldige suchen. Und in diesem Suchen nach diesen Schuldigen entdeckt man dann die zu vielen Menschen. Und dann ist es so, dass entgegen allen Fakten nicht Imperialismus und Kapitalismus, sondern die sogenannte Überbevölkerung, Anführungszeichen, Überbevölkerung, als wesentliche Ursache von Armut, Hunger und Natur zu stören gelten. Da sieht man Bilder von ausgedörrten Äckern, von Wüstenausbreitung, von was weiß ich, durch Hitze verbrannte Getreidefäller und dann sieht man daneben dann die zu vielen Menschen. Also diese Kombination ist überaus deutlich und das bereitet sich vor und das gab es in der deutschen Geschichte schon mehrmals in unterschiedlichen Formen und ich habe Sorge, dass das gerade wieder mal in Vorbereitung ist und angesichts der tatsächlichen Klimakatastrophe, die da droht, sozusagen eine ungeheure Fahrt aufnehmen könnte. Die üblichen Berichte, man kann ja schon was wetten, beim letzten Mal, da ging es glaube ich um den siebten Milliarden Erdbewohner, da wird dann ja immer von irgendeiner Kommission, ich glaube der UNO, weltweit gesucht, welchen Kontinent, man weiß ja nicht wirklich, wo der siebten Milliardste Mensch geboren wird, man weiß nur irgendwie ist es zu viel, also man behauptet es zu wissen und da wird ein Kontinent und ein Land ausgesucht und dann ist es irgendwie ein Mensch in Indien oder in Afrika, relativ selten in Deutschland, ich weiß nicht, wann das hier der Fall war und die Bilder, die dazu kommen, sind niemals Dresdner im Verkehrsstau oder Sommerschlussverkauf in Berlin oder Huls oder ein knallvolles Fußballstadium, sondern sind immer Fotos etwa von indischen Bahnhöfen und von afrikanischen Märkten oder von neugeborenen Stationen in irgendeinem Teil der Welt, wo die Menschen nicht weiß sind. Das heißt, zu viel sind immer erstens die anderen, die woanders leben und zu viel sind immer die, die nicht weißhäutig sind, schwarz oder persons of color. Und das ist eine vollkommen irrwitzige Situation, weil Deutschland ist zum Beispiel dichter besiedelt als Nigeria. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Deutschland hat 231 Einwohnerinnen pro Quadratkilometer, Nigeria 152. Die Niederlage, die Niederlande, die haben 400 Einwohnerinnen auf der gleichen Fläche, einen Quadratkilometer. Indien hat weniger, nämlich nur 382. Habt ihr schon mal bei der Bebilderung eines Artikels über die sogenannte Überbevölkerung ein Bild aus den Niederlanden gesehen? Also ich nicht. Und gab es schon jemals eine Diskussion über die Bevölkerungsexplosion in Monaco? Da leben über 16.000 Menschen auf einem Quadratkilometer und die gelten nicht als zu viel. Ist das nicht merkwürdig? Das heißt, in diese ganze ökologische Debatte dringt traditionell immer wieder und jetzt fürchte ich wieder neu, weil alles noch an Voraussetzungen da ist, ein gewaltiger Rassismus ein. Und diese Wurzeln des Rassismus sind älter als die Aufklärung, viel älter und in Europa verschärft durch Hegel und durch Kant und alle und andere vergleichbare Geistesgrößen. Aber darüber, das ist heute nicht das Thema Rassismus, das mache ich gern andermal. Und diese rassistischen Wurzeln und ihre Verbindung zu dem Verständnis von Natur und von Umweltschutz und von Ökologie wurden 1945 nicht gekappt und von wem auch. Der Arzt und Verhaltensforscher Konrad Lorenz 1903 bis 1989 hat auch heutigen Nazis und Rassistinnen einiges zu bieten und er beeinflusste die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft. Man muss fein hinhören, wie in diesen Kreisen, also etwa wenn Höcke vom afrikanischen Ausbreitungstypus spricht und von Umfolgung gesprochen wird. Das sind überall Andockstellen für ganz gewöhnlichen Rassismus dieser Art. Es war nun mal ein Beispiel für Lorenz, also der hat uns in unserer also Leute wie mich in meinem hohen Alter in unserer Kindheit und Jugend ziemlich drangsaliert. Als die 60er waren und die frühen 70er haben Leute also the times were changing hat Konrad Lorenz uns angegriffen und sagte über die Jugendrevolte der genetische Verfall der deutschen Jugend mache einen Selektionsdruck nötig. Es ist Zitat weiter es ist nicht auszuschließen dass viele Infantilismen die große Teile der heutigen rebellierenden Jugend zu sozialen Parasiten machen möglicherweise genetisch bedingt sind. Eigentlich reichen diese paar Sätze. Ich habe alle Bücher von ihm gelesen weil ich wissen wollte wie diese Leute ticken. 1973 bekam Lorenz die größtmöglichen bürgerlichen Ehren nämlich den Nobelpreis für Medizin. Wir hatten da schon lange Verdacht dass man in seiner Geschichte graben sollte. Jahre später wurde allgemein bekannt dass er im NS Faschismus als sogenannte Rassenforscher Karriere gemacht hatte. NSDAP Mitglieds Nummer 617 0554 In seinem Aufnahmeantrag in die Nazipartei hat er geschrieben er habe immer und überall mit aller Macht getrachtet den Lügen der jüdisch internationalen Presse mit zwingenden Beweisen entgegen zu treten meine ganze wissenschaftliche Lebensarbeit in der stammesgeschichtliche rassenkundliche und sozialpsychologische Fragen im Vordergrund stehen im Dienste nationalsozialistischen Denkens und in Briefen sprach er vom Schädlingstum der Juden Zwei Jahre nach diesen Texten erhielt er den Lehrstuhl für vergleichende Psychologie in Königsberg Lorenz hat heute der AfD das ist kein Tipp an die sondern eine Warnung für euch der AfD den Identitären und der neuen Rechten viel zu bieten es ist fast seltsam dass sie ihn und seinen Ökorassismus noch nicht für sich entdeckt haben Lorenz sagt Sachen wie der Mensch hasse Fremde also stütze Leute wie Sellner und andere Ethnopluralisten Pluralisten und Identitäre der Mensch hasse Fremde und verteidige sein Revier gewissermaßen als natürliche Reaktion die Rassenpflege alles Zitate müssen auf eine noch schärfere Ausmerzung ethisch minderwertiger bedacht sein als sie es heute schon ist Höckes Angstschrei von der Umvolkung klingt auch bei Konrad Lorenz an Zitat sozial minderwertiges Menschenmaterial werde durch die Zivilisation befähigt den gesunden Volkskörper zu durchdringen und zu vernichten das ist die große Drohung Lorenz wurde dann Heerespsychologe zeitweilig der Wehrmacht in der Reichsstiftung für deutsche Ostforschung in Posen und beteiligte sich dort an der rassenpsychologischen Selektion der Bevölkerung des von den Deutschen besetzten Westpolens also des sogenannten Reichsgau Reichsgaus Warteland fast 900 Menschen die als nicht wieder eindeutschungsfähig Zitat galten wurden in Vernichtungslager deportiert und wenn man heute auf der Webseite des Max-Planck Institutes Konrad Lorenz war in der alten Bundesrepublik sozusagen eine Koryphäe der berühmteste Wissenschaftler den die in diesem Bereich hatten das Institut Seewiesen war eine Abteilung des Max-Planck Institutes das war der Mann mit den Graugänsen und der Verhaltensforschung der Gänsevater und so heißt er auch also auf der Website des Max-Planck Institutes findet man Konrad Lorenz nichts zu seiner Vergangenheit gar nichts sondern nur die liebevolle Bezeichnung als der Gänsevater so ist das mit der Aufarbeitung deutscher Geschichte und schon wieder muss ich an diese Keks-Erwin denken so von Lorenz gibt es eine Achse und so kommt das dann näher es gibt es rein in die Haferbecks und in andere Leute die versucht die früher im Faschismus unter Rudolf Hess bestimmte esoterische und umweltschützerische Konzepte versucht haben zu vertreten das zieht sich durch bei den Haferbecks die Ursula Haferbeck lebt ja noch und kandidiert jetzt für die Rechte glaube ich an Platz 1 danach folgen dann lauter jüngere Nazimänner wir haben die noch kennengelernt als sie in Säle reinkam Veranstaltungen stören wollte und dann sagte so Sätze wie die 6 Sache mit den 6 Millionen sei erfunden und erlogen und dann flog sie raus das war in den 80ern ihr Projekt damals wurde von der nordrhein-westfälischen SPD-Landesregierung finanziert bis wir das so skandalisierten dass die Finanzierung eingestellt wurde also von Leuten wie Lorenz über die Haferbecks es gibt noch viele andere Verästelungen die führe ich jetzt nicht auf geht ein Weg rein bis zur Gründung der Grünen am Anfang gab es noch eine wertkonservative ökofaschistische Gruppe die dabei war ihr Ideologe war Herbert Kohl habt ihr den Namen schon mal gehört ist der jemanden bekannt ein früherer CDU-Politiker der 1980 die Grünen mitgründete und wir sorgten dafür dass mit dem Beschluss eines linken antikapitalistischen Programms diese Gruppe um Grudel aus der Partei floh was gelang dann gründete die ÖDP die gibt es immer noch die kandidiert immer noch die hat sich ein bisschen modernisiert auf aber vielen Büchertischen der ÖDP aber auch von Attac und auch von manchen Occupy Camps vor einigen Jahren konnte man Bücher von Grul finden und ich will noch mit einem Beispiel sagen was ihn auszeichnete dieser großartige Ökologe und Bestseller Autor sagte durch ein zu hohes Bevölkerungswachstum werde gegen die Naturgesetze verstoßen und das werde zu Recht von der Natur also so eine Art Ersatzgott rechender Gott aus dem Himmel von der Natur mit dem Tode bestraft und Zitat Grul Ökologe Superökologe ganz anerkannt dafür Grul schreibt in einem seiner Bücher für einige überfüllte Populationen und er meint damit nicht Heuschrecken sondern Menschen mag dann Gewalt oder sogar die Atombombe eines Tages keine Drohung mehr sein sondern Befreiung das muss man sich glaube ich über der Zunge zergehen lassen was bedeutet und das ist nicht so schlimm sagt er und da kommt dann sozusagen der ganze Rassismus raus den Tod würden diese anderen Menschen also die anderen die dunkleren die schwarzen die woanders lebenden aufgrund ihrer völlig anderen Grundeinstellung zum Leben mit Gleichmut ertragen und den eigenen Tod so wie den ihrer Kinder als Schicksal hinnehmen es gibt im Bürgertum einen unglaublich schwelenden ökologisch gerechtfertigten Rassismus ich war vor ein paar Jahren auf einem Wirtschaftskongress ich gehe gern zum politischen Gegner und fetz mich meistens werde ich nicht ein zweites Mal eingeladen das kalkuliere ich aber schon ein es war ein schweizerischer Wirtschaftskongress mit dem Titel Wachstum Fluch oder Segen sonst heißen diese Kongresse sowas wie wie viele Menschen verträgt die Erde statt wie viel Kapitalismus vertragen Mensch und Natur also der hieß jetzt Wachstum Fluch oder Segen und ich war da eingeladen so als linke exotische Wachstumskritikerin weil sie auch mal was Skurriles hören wollten dieser Deiss war Bundespräsident der Schweiz gewesen also dem lagen sie wirklich zu Füßen so bedeutende gesellschaftliche Stellung war Bundespräsident der Schweiz gewesen und Präsident der UNO Generalversammlung und geschäftsführender Vorsitzender von General Electric und so weiter und so weiter und er sagte in seinem Vortrag schon etwas verärgert über mich ach das Bevölkerungswachstum in Deutschland und der Schweiz beunruhige ihn nicht das nehme ja ab für den Rest der Welt habe Malthus vor 200 Jahren alles gesagt das ist ein Bereich der sich von selber regelt Zitat Ende die Zuhörer applaudierten und ich habe dann anschließend erklärt warum das eine Todesdrohung war für einen sehr großen Anteil der Menschheit danach fiel die Stimmung unter unterhalb Eisiger Kältes gerade weil es so ausgesprochen wurde der Malthus auf den er sich da bezieht und ich weiß nicht ob ich den als bekannt voraussetzen kann oder den Namen wenigstens Malthus war eigentlich nur ein anglikanischer Landpfarrer um 1800 in England als später dann Friedrich Engels durch die Industriearbeiter Slums der englischen Städte lief und sehr genau und sehr empathisch und sehr korrekt empirisch sozusagen ermittelte wie Menschen leben die sozusagen das Abfallprodukt einer industriellen Produktion war die hemmungslos war wo es keinen Schutz gab und noch keine Rechte durchgesetzt waren Malthus selber hat das so gemacht der ging in diese Slums und ekelte sich vor den Armen wie dreckig sie lebten und wie schlecht sie aussahen und wie sie ihre Kinder schlecht ernährten also er ekelte sich vor den Folgen der Armut die Leute wie er aber immer religiös absicherten er schrieb einen berühmten Text der heißt Essay on the Principle of Population und darin stellt er die berüchtigte Malthus These auf dass nämlich sich Bevölkerung exponentiell entwickelt also 1, 2, 4, 8 so ohne Kurve und die Herstellung von Lebensmitteln hingegen linear 1, 2, 3, 4 und dann sieht man am Ende ist diese sanftere Kurve und die große wow ist das Problem schon drastisch beschrieben und leuchtet doch angeblich jedem ein es gab davor im Feudalismus so schlimm das war für viele Menschen immer noch ein so aus dem Christentum kommendes den Menschen zugestandenes Recht an Nahrung und Dach über dem Kopf also jeder sollte irgendwo wohnen und gegen Regen geschützt sein wenigstens und irgendwie ernährt werden das führte dann zu schrecklichen armen Häuser aber sie mussten ernährt werden das war eine Aufgabe der Gemeinschaft Malthus sagte nein das machen wir jetzt nicht mehr das sozusagen war die Abschaffung Engels hat das dann später die offenste Kriegserklärung der Bourgeoisie gegen das Proletariat genannt und so weiter Malthus schrieb nämlich ein Mensch habe nicht das mindeste Recht irgendeinen Teil von Nahrung zu verlangen wenn er seine Familie nicht ernähren könne und wenn die Gesellschaft seine Arbeit nicht nötig hat warum immer die Gesellschaft diese Arbeit nicht nötig hat dann sei dieser überflüssige Mensch wirklich zu viel auf der Erde bei dem großen Gastmale der Natur ist durchaus kein Gedecke für ihn gelegt die Natur gebietet ihm abzutreten und sie säumt nicht selbst diesen Befehl zur Ausführung zu bringen Zitat Ende also auf Deutsch die Natur ist schuld wenn er stirbt können wir gar nichts für wer diesen überflüssigen Eindringling zum reich gedeckten Tisch der Natur vorlasse sagte Malthus lockere nur lockere nur weitere Eindringlinge an das könnte fast aus den Diskussionen der letzten Jahre um Flüchtlingspolitik stammen Malthus sagt weiter statt Fülle herrsche dann Mangel und bald werde dieses Vergnügen der Gäste durch den Anblick menschlichen Elends gestört so wie Babyleichen am Mittelmeerstrand das Urlaubsgefühl irritieren es sei völlig natürlich dass nur eine Minderheit der Menschen gebildet sittlich wertvoll und wohlhabend sei und dass es auf der Welt immer zu viele arme unbrauchbare Menschen geben werde die Unterstützung der Armen sei unsinnig weil sie sich dadurch bloß vermehrten Hilfe belohne Trägheit und Laster und stimuliere die Kinderzahl ist eine ziemlich aktuelle Unterstellung und Grausamkeit es sei die Natur die diesen Menschen das Existenzrecht abspreche dieses Bild von der zu kleinen Erde auf der sich die Armen und Schwarzen und People of Color hemmungslos fortpflanzen und unsere deutsche gute Natur ruinieren die kapitalistische Produktionsweise bleibt natürlich immer unerwähnt ist seit mehr als 250 Jahren eines der am tiefsten verankerten Merkbilder der sich ökologisch rechtfertigenden Rassismus tatsächlich wächst die Lebensmittelproduktion schneller als die Erdbevölkerung es ist auch in Zukunft genug da um alle Menschen zu ernähren zumal ideologisch weniger verblendete Studien auch die Stagnation der Weltbevölkerung ab etwa 2060 für möglich halten das hängt allerdings davon ab und das muss gewollt werden von guter Ernährung vom Zugang vor allem von Frauen und Mädchen zu guter Bildung das reduziert Kinderzahl und zwar ohne Gewalttätigkeiten und darum sollte der Kampf auch gehen Hunger kommt von Armut und falsch verteiltem Reichtum von durch die kapitalistische Produktion beschleunigter Wüstenbildung und missbrauchten fruchtbaren Land von geraubtem privatisierten Wasser und vom Krieg Das Irre ist Malthus wird seit 200 Jahren also praktisch von Anfang an widerlegt aber die profitable Nützlichkeit seiner Ideologie für Verelendungspolitik für Rassismus und auch neuere Formen von Kolonialismus und Imperialismus lässt die Kritik gewissermaßen abschellen was die Protokolle der Weisen von Zion für den Antisemitismus sind ist die Malthusche Ideologie für den Ökorassismus Das ist alles noch neuer als ihr glaubt ich versuche ja sozusagen den Weg jetzt in die Gegenwart konkret und jetzt wird es sehr gegenwärtig international man kann wenn man rausfindet wo diese Denkform diese ökorassistische Denkform sich ausbreitet und wo die herkommt kommt man in den Faschismus man findet wir haben vorhin darüber gesprochen in den Skurrilitäten dass Leute abfahren ungeprüft auf Homöopathie die auf alle möglichen Techniken des Heilpraktikertums ohne dahin zu gucken wem oder was sie sich da anvertrauen und was die Voraussetzungen sind und wer weiß schon dass im KZ Dachau Naturheilmittel und Pflanzen angebaut wurden mit dem Ziel Deutschland unabhängig in der Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges Deutschland unabhängig zu machen von Importen von bestimmten Produkten abgesehen von vegetarischer Ideologie und anderen Diskussionen und das schwappt in die Gegenwart in der Form dass es Neo-Malthusianer gibt wie etwa und das sieht man immer hin und her wenn man das untersucht die Texte und woher wer kommt und wer sich auf wen bezieht in welchen Bewegungen dann findet man amerikanische Ökofaschisten die sich oder US-amerikanische Ökofaschisten und deren Texte und deren Vordenker findet man dann plötzlich in Deutschland und jetzt findet man zum Teil in Deutschland Gruppen dazu gleich die sich wiederum auf diese amerikanischen Gruppen beziehen die ihre Wurzeln aber sozusagen hier auch wieder in diesem wunderbaren Land haben es gibt zum Beispiel einen sehr bekannten Ökologen in den USA Ökologe und Rassist der übernimmt Malthus Bild der heißt Garrett Hardin vor ein paar Jahren gestorben sehr wichtig für die aufkommende Ökologiebewegung der 70er und 80er Jahre in den USA die auch die deutsche beeinflusst hat was viele gar nicht wissen der ersetzt Malthus Bild vom reich gedeckten Tafel der Natur durch das vom Rettungsboot sehr beliebt das Boot in dem wir alle gleichermaßen sitzen und keiner fragt wem die Reederei gehört und wer am Steuer sitzt und wohin der Kurs eigentlich geht also übernimmt dieses moderne Bild vom Rettungsboot in dem wir alle sitzen und das sinke wenn wir zu viele Ertrinkende in dieses Boot lassen in stürmischer See und übermäßig fruchtbare Menschen in ein wohlhabendes Land einzuladen sei eine Politik des nationalen Selbstmordes gar des Selbstmordes der Spezies es sei daher sagt Hardin unsinnig auf universellen Menschenrechten zu bestehen die gelten nur für einen Teil der menschlichen Bevölkerung das sind so Sachen die habe ich dann in USA erlebt bei T-Party Diskussion bevor Trump gewählt wurde jetzt ist das eher noch mehr geworden und in gleicher Weise gefällt es auch deutschen Nazis das Problem ist aber es geht noch weiter und es geht rein in den Bereich der uns interessiert auch in den Kämpfen die jetzt zu führen sind es gab in den es gibt in den USA einen Ideologen der heißt Dave Forman der lebt noch soweit ich das weiß 47 geboren und der ist Gründer einer ökorassistischen Organisation namens Earth First Ausrufezeichen in den 80ern als ich dort war und versuchte Projekte zu untersuchen war das so dass ich sehr fasziniert war also ich mir die unterschiedlichen Projekte im ganzen Kontinent ich war eingeladen zu Vorträgen von West nach Ost und konnte das dann immer benutzen die Fahrtkosten zu haben mir Projekte die mich interessierten anzugucken und mit den Leuten zu diskutieren und dabei stießen wir auf eine Ökogruppe ziemlich militant die versuchten alte uralte wunderschöne Redwood Wälder an der Westküste zu retten in Kalifornien und die haben so Sachen gemacht wie die Sägearbeiten durch Nägel in die Bäume zu behindern und die Fahrzeuge der Holzarbeiter so Zucker in Tank zu beschädigen dass die nicht mehr zum Einsatz kamen und die Bäume gerettet werden konnten da war ein durchaus großer sympathischer Anteil dran aber als man dann mit denen diskutierte haben sie erzählt dass die USA schon viel zu voll wären mit den damals 210 Millionen Menschen das sei völlig ausreichend und außerdem sei das ein Problem wenn es zu viel Fremde geben also auf Deutsch die Grenze nach Mexiko müsste dicht gemacht werden weil diese Fremden in dieser US-amerikanischen Bioregion auch so ein Begriff aus dieser rechten Ecke einfach zu viele wären und das Gleichgewicht stören würden also es war offener Rassismus und das verbannt sich und das wurde mir dann später vorgeworfen diese Kritik ein Typ von der Konrad-Adenauer Stiftung der CDU irgendein Wissenschaftler hat mal irgendwann verbreitet ich würde irgendwie alle niedermachen die Tierschützer sein oder sich für ja für solche Sachen oder für veganes Essen einsetzen Veganismus sei gewissermaßen ein Verbrechen diese Legende geistert seitdem rum und wird begierig aufgenommen von Leuten die es nicht besser wissen oder die nicht nachdenken was dahinter steckte war dass es damals eine Ideologie gab die sich Veganismus nannte in dieser Zeit der Auseinandersetzung mit Earth First wo gesagt wurde alle Lebewesen überhaupt alles was auf der Erde ist ist gleich viel wert also der Mensch mit dem Tier es gab ja dann diese Forderung Menschenrechte für Primaten für Menschenaffen und gleichzeitig von Vertretern dieses Ansatzes Helmut Kaplan oder Peter Singer diesen Euthanasie Befürwörtern die Ansicht also einerseits müssen Menschenaffen Menschenrechte kriegen wenn interessante nein ich finde die gar nicht interessant egal alte Diskussion und andererseits müssten und dürften schwerbehinderte Säuglinge noch Wochen nach der Geburt getötet werden weil ihnen sowieso kein glückliches Leben bestellt wäre und weil dann lieber besser neue Kinder geboren würden die gesund wären solche Diskussionen wurden damals geführt und diese Organisation Earth First es hat dann irgendwann also es gab die in Deutschland auch jetzt wird es laut es gab in Deutschland auch Ableger davon die sind aber dann verschwunden es gab verschiedene Gruppen die sich wieder aufgelögt haben die diese Ideologie transportiert haben da ging es dann zum Beispiel wurde gesagt also jeder Käfer auf den du trittst ist wertvoll und darf nicht ermordet werden und ist so wertvoll wie ein Mensch das ging weiter bis zu solchen euch bekannten vielleicht Kampagnen der Tierschutz oder Tierrechtsorganisation PETA die gesagt haben die Situation das Leben von Hühnern in diesen großen industriellen Farmen sei so wie das Leben in KZs in Konzentrationslagern also der Versuch der Aufwertung des mies behandelten Huhns natürlich müssen die abgeschafft werden diese diese Form von Agrar Anlagen die Aufwertung des Huhns bedeutete aber mit der Gleichsetzung jüdischer Menschen die Entwertung jüdischer Menschen das heißt der Antisemitismus der da andockt an rechte Tierrechtsposition blieb weitgehend unberücksichtigt aus der Militanz dieser Earth First Bewegung also dieser parallelen Abteilung die hatten ein Logo das kam von einem Buch das hieß The Monkey Ranch Gang also die Schraubenschlüsselbande heißt das glaube ich in der deutschen Übersetzung das war für die so ein Klassiker so eher ökoanarchistisch angehaucht irgendwelche Leute gehen raus aus dem kapitalistischen Leben und bauen sich eine eigene Welt auf also sozusagen dieser ganze etwas illusionäre Quatsch deren Symbol war dann die Tierfaust mit dem Schraubenschlüssel zum Beispiel also man erkennt die Symbole wenn man sich mit denen auseinandergesetzt hat und ihr könnt euch vorstellen wie schockiert ich war als ich eines Tages im Zusammenhang mit dem mir ungeheuer sympathischen Widerstand im Hambacher Forst neben allen möglichen Logos also dem Baum und was die alles so haben auch plötzlich das Earth First Signet auf einer Website sah und nicht nur da und dann habe ich versucht zu diskutieren und habe gesagt bitteschön bezieht ihr euch auf Earth First was ist das habt ihr eine Ahnung wer dieser Dave Formen ist also dieser Ideologe von Earth First der Menschen abwertet und rassistisch ist und so Sachen sagt wie zum Beispiel AIDS ist eine Antwort der Natur auf die Überbevölkerung also auf Deutsch die Menschen gerade da wo es besonders hart ist wegen sozialer Umstände in afrikanischen Staaten da wo Menschen sterben an Massen an dieser Krankheit zum Beispiel das sei da müsse man gar nicht eingreifen das sei ein natürlicher Vorgang ein natürlicher Prozess und der Diene der Reduktion der zu vielen da kommt das immer durch und wenn als ich dann versuchte rauszukriegen ob die sich beziehen ob die wissen was das ist wusste keiner was aber sie verwenden das Logo die Diskussion mit denen führe ich demnächst und Konrad Lorenz könnte Earth First die Hand reichen weil auch er AIDS als eine Krankheit mit ökologischer Perspektive bezeichnet hat eine Krankheit die nicht die Lebewesen in der Natur ausrottet sondern eben nur nur die Menschen Lorenz sagte 1988 gegenüber Bevölkerung hat die Menschheit nichts Vernünftiges unternommen man könnte daher 1988 eine gewisse Sympathie für AIDS bekommen und und als bei der großen Hungerkatastrophe in Äthiopien in den 80er Jahren etwa 8 Millionen Menschen hungerten und fast eine Million starb sagte der Chefideologe von Earth First der frühe der frühe verhungernder schwarzer Menschen sei etwas Natürliches das Leid der Menschen sei unglücklich aber die Zerstörung anderer Lebewesen und der Umwelt ist noch unglücklicher also menschliche Entwertung von Menschen das Schlimmste sei es zu helfen lasst die Natur ihr eigenes Gleichgewicht finden lasst die Leute dort einfach sterben und auch die USA können nicht das Überlauf wenn Teen es ist als ob man Trump in ökologischer Variante hört die USA können nicht das Überlauf Ventil lateinamerikanischer Probleme sein das würde bloß zu größerer Zerstörung unserer Wildnis führen es sind viel zu viele Menschen auf der Welt sagte Formen Malthus hatte recht da schließt sich der Kreis bis in die Gegenwart und da ist sozusagen die lange Entwicklung die ich beschrieben habe der Grund dafür vielleicht schlüssig geworden und zum Ende möchte ich nur noch ein paar Fragen stellen ein paar Anregungen geben für eine Diskussion die jetzt hoffentlich ausbricht also was tun wir wenn wir in einem Land leben wollen in dem keiner früher stirbt weil er arm ist in dem die schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen nicht mehr existieren die bestmögliche Gesundheitsversorgung wie alle Menschen auf der Welt möglich ist und die Klimakatastrophe abgewendet wird die selbstverständlich den Ärmsten auf der Welt am schlimmsten schadet weil die etwas reicheren können ja fliehen und sich irgendwelche Klimaanlagen kaufen oder andere Sachen die sie vor der Hitze schützen die können mehr Geld ausgeben für Lebensmittel und andere Ersatztätigkeiten was tun was tun was tun also wenn wir eine Gesellschaft nicht mehr ertragen die von schreiender Ungleichheit und Ungerechtigkeit durchtränkt ist wenn wir die der Vernichtung der ökologischen Lebensgrundlagen nicht weiter zusehen wollen und wenn wir nicht mehr erleben wollen wie die soziale Verachtung und Rassismus Kindern das Rückgrat bricht sodass sie verwelken bevor sie ihre Einzigartigkeit entfalten können wenn wir die Opposition gegen diesen Terror der Normalität einer kapitalistischen Gesellschaft ernst meinen hat das Konsequenzen für uns wir und ich sage selten wir weil ich diese an diese Einheit diese monolithischen Blöcke in dieser komischen gespaltenen und widersprüchlichen Gesellschaft nicht glaube wir meint die Opposition gegen diesen Terror der Normalität in einer kapitalistischen Gesellschaft und wenn wir da die Opposition ernst meinen hat das Konsequenzen für uns und unser Leben wir meint also kritische Menschen emanzipatorische Linke aller Art zu deren Grundsätzen die Freiheit auf Basis sozialer Gleichheit und da schließe ich an den Anfang wieder an gehört Menschen die diese Programmatik nicht nur als heimlichen Traum in ihren Köpfen verbergen sondern handeln wollen und Gleichgesinnte suchen als Bündnispartner danke für euer Zuhören jetzt seid ihr dran die ersten haben es immer am schwersten die frechen setzen sich durch das ist immer so es gibt ein Saal Mikro das ist sehr schön ja hallo also ich habe gerade noch ganz spontan was in Erinnerung vom Schluss es war so ähnlich wie was tun wenn wir in einem Land leben wo soziale Armut nicht zu einem kürzeren Leben führt wie kommen sie da drauf ist das so ich habe nämlich da schon andere Dinge gehört dass es die durchschnittliche Lebenserwartung dann okay wo kann man da Grenzen festlegen ab welcher Armut das ist alles sehr schwer zu definieren aber dass es zwölf Jahre weniger sein und in Schottland zum Beispiel sogar 27 kam zumindest mal bei Deutschlandfunk keine Ahnung wie die da drauf kommen aber weiß da irgendjemand was es gibt einfach immer wieder Studien nicht alle werden öffentlich in denen soll ich überhaupt gleich antworten nein wir sammeln vielleicht einfach oder sonst wird es zu viel mit meinem reden wie wollt ihr das haben mal drei vier Sachen sammeln ich schreibe alles auf und wenn ich ich werde nichts absichtlich überhören und wenn dann reicht ein Zwischenruf um mich dann zu einer Antwort zu bewegen also ich habe es aufgeschrieben ich werde darauf antworten genau also sie haben ja vorhin beschrieben also eine Kurzfassung dass das eigentliche Problem halt ist dass der Mensch sich sowohl seiner eigenen Existenz also seiner jetzigen Existenz genauso eben seins also das Mensch an sich dass der eben ist bewusst ist und trotzdem nach den Bedürfnissen seiner Existenz und nicht des menschlichen Seins eben handelt und ich wollte gerne noch die Frage stellen woher das kommt und wie dieser Kreis eben eventuell zu lösen sein könnte du hast da irgendwie was aus einer Aussage von mir gemacht wo ich meine Aussage nicht mehr erkenne sag mal genauer was du selber eigentlich meinst oder was du fragst weil das sein ist ja die Existenz das soziale Sein des Menschen ich meine eigentlich eben dass der Mensch ist ja sowohl also ich bin mir bewusst dass ich dieses Leben lebe und das für mich lebe aber ich bin mir genauso bewusst dass es die Menschheit an sich eben eigentlich auch genauso zu erhalten gilt und die Frage ist eben warum der Mensch eben egoistisch oder warum ich jetzt egoistisch nach meinen Bedürfnissen handel und nicht nach den allgemeinen universellen menschlichen Bedürfnissen prinzipiell dann beantwortet jeder das selber und wie das zu lösen wäre genau aha okay ja bitte Füße hoch ich muss immer mal hier durchrennen das ist ja im Kino echt schwierig mit dem Salmiko Dankeschön so wie ich jetzt den Vortrag verstanden habe lässt er sich so ein bisschen in zwei Teile einteilen und zwar haben wir einmal einmal mit so einem ja mit so einer Analyse vielleicht ähm das Kapitalismus zu tun und dann haben wir einmal den speziellen Bezug auf so einen Ökorassismus und meine Frage bezieht sich darauf also für mich ist das eine und zwar der Ökorassismus stärker ein Gedankengut und das andere mehr etwas Systemisches und deswegen würde ich auch im praktischen politischen Handeln anders mich dagegen einsetzen und meine Frage wäre ob sie das teilen ich verstehe es nicht weil ich noch gar nicht gesagt habe wie ich mir das vorstellen würde du sagst jetzt du willst was anders machen aber anders als was ähm ich unterstelle ihnen tatsächlich dass sie in dem Vortrag ähm sowohl den Ökorassismus als auch dem Kapitalismus kritisch gegenüberstehen ja das kann man vermuten ja das kann man vermuten und ähm da sie ja nun auch vorhaben politisch aktiv zu werden oder zumindest parlamentarisch aktiv zu werden ja ich wollte damit jetzt anfangen also parlamentarisch aktiv zu werden gehe ich auch davon aus dass sie zumindest eine Idee haben oder Ideen entwickeln äh was sie dann genau dann auch tun wollen wenn sie es kritisieren von daher haben sie es noch nicht gesagt aber es würde mich sehr interessieren wie sie dagegen vorgehen wollen und ob sie da eine Unterscheidung machen würden in der Vorgehensweise Unterscheidung von was Unterschieden von deiner Meinung die du mir noch nicht verraten hast würdest du mir die verraten was dein Weg ist dann kann ich sagen was ich davon halte meine Frage hat sich darauf bezogen dass ich den Ökorassismus und den Kapitalismus in der Kritik unterscheide weil der Ökorassismus für mich stärker ein Gedankengut ist und der Kapitalismus weniger ein Gedankengut als auch als System und als etwas Systemisches irgendwie existiert und ja dagegen irgendwie dann auch anders agiert werden muss und meine Frage ist ob sie das teilen würden diese Unterscheidung oder ob sie sagen das ist eine Sache die man auf eine Art und Weise so und so ja der man so und so begegnen kann aber du hast am Schluss entschuldige ich musste einfach nochmal nachhaken weil es für mich etwas unverständlich geblieben ist du hast gesagt du gehst davon aus dass ich andere Vorschläge mache was man dagegen tun kann ich wollte dann gerne von dir wissen was du für Vorschläge machst damit ich dann rausfinden kann ob ich andere Vorschläge machen würde sonst verstehe ich die Voraussetzung deiner Frage nicht was tust denn du ich meine ich fange ja demnächst mit Politik an wie du gesagt hast ja was möchtest du denn gerne tun das ist tatsächlich eine sehr gute Frage vor allem was ich erreichen will und genau deswegen bin ich hier weil ich mir gerade wenn es darum geht wie man es erreicht nicht sehr sicher bin von daher müssen sie sich jetzt nicht von mir abgrenzen sondern das vielleicht mehr als offene Frage verstehen ich will mich nicht abgrenzen ich will erstmal verstehen worauf du überhaupt hinaus willst er will wissen ob du denkst dass man dieses also ob man Kapitalismus und Ökowassismus gleichermaßen als ein quasi sagt man hat er nicht gesagt es ist sehr lieb dass du ihn zu übersetzen versuchst du hast Glück mit seiner Übersetzung das war nicht das was du gesagt hast aber das ist jetzt eine sehr nette Interpretation okay gut also war da eben so ein Zwischenruf kam mit wir haben es alle so verstanden das glaube ich nicht und es gibt dieses wir nicht also wenn wir jetzt anfangen mit wir und du ich glaube dass in diesem Saal Leute sitzen mit sehr unterschiedlichen Auffassungen auch untereinander also nicht so eine komische Blockbildung das würde uns jetzt in der Diskussion nicht weiterführen wo ist das Mikro ja ich habe folgende Frage vielleicht habe ich etwas falsch verstanden aber Vorschläge wie dieses System zu überwinden ist habe ich keine gehört und möchtest du eine Revolution nein es ging ja darum ich wollte es noch wissen oder vielleicht doch von Ihnen habe ich nichts dahingehend gehört und das war ja eigentlich Thema des Vortrags nein nein das war das was ich in der Diskussion gerne mit euch will so in dieser gemeinsam arbeitenden Form wie wir jetzt gerade vorsichtig beginnen ich wollte nur die Voraussetzung dafür es führt in endlose Diskussionen was tun wenn man vorher nicht klar macht wo man eigentlich steht was man ablehnt und damit ja auch immer sagt wo man eigentlich hin will deswegen habe ich so aufgebaut aber ich sage da gerne was dazu mindestens oh man du bist so sportlich der Mann mit dem Mikro bringt Höchstleistung im Hürdensprung super danke für das Mikro dann stelle ich jetzt die Gretchenfrage wie überwinden wir denn den Kapitalismus ich glaube das meinte er eben auch ja okay also ist angekommen also es gibt durchaus Unterschiede im Saal das sagte ich ja okay nö ich kann noch zwei, drei mehr weil die hängen so eng zusammen die kann ich gut zusammen beantworten es gibt dann eine klare Konstruktion will aber keiner mehr dann schließe ich mich vielleicht gleich nochmal an als Mikrofon Junge hier und zwar würde ich sagen es ist ja irgendwo immer das Problem dass man bei vielen politischen Kämpfen einen Handlungsdruck hat eine Notwendigkeit sieht ob das jetzt Klimawandel ist ob das die Landtagswahlen sind die hier irgendwie anstehen und diese Abwehrkämpfe haben immer so eine Notwendigkeit die da hinten wohnt andererseits der irgendwie Verein freier Menschen auf der Welt ist noch irgendwie in weiter Ferne und nicht so sehr nah abzusehen und bedarf auch glaube ich eher eine langfristige Aufbauarbeit und das ist ja irgendwie ein Widerspruch in dem wir uns befinden in unserem politischen Aktivismus und wie kann man sowas sozusagen aufheben was sind da Ansätze genau okay soll ich jetzt mal irgendwie antworten okay also diese Fragen nach dem wie und wohin und was die Voraussetzungen sind hängen ja ziemlich eng miteinander zusammen ich kann mit manch also ich mit der Frage nach ganz am Anfang nach dem Mensch und seinem Egoismus nicht so viel anfangen weil das ist so eine abstrakte bürgerlich-philosophische Erörterung was Menschen haben alle Potenziale in sich sie können sich ganz übel entwickeln und sie können sich ganz positiv entwickeln und das hängt mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zusammen die Gesellschaft in der wir gemeinsam leben ist eine die nicht unbedingt die besten Eigenschaften aus Menschen rauskitzelt weil im Arbeitsprozess üblicherweise Leistungsdruck herrscht weil Konkurrenz stimuliert wird weil man lernt sich gegen andere durchzusetzen mit dem Einsatz der Ellenbogen also lauter Eigenschaften zu entwickeln die unschön sind und die Menschen nicht besser nicht freundlicher zueinander und nicht solidarischer werden lassen das heißt mit der Frage nach dem Individuum und wie es sich verhält bist du immer ganz schnell in der Beziehung bei den gesellschaftlichen Strukturen dass du gucken musst du weißt selber wo du wie reagierst und du musst es in Beziehung setzen zu der Gesellschaft und dann gucken dass du die so veränderst dass alle eher ihre freundlicheren solidarischeren Seiten miteinander entwickeln außer natürlich gegen die die unbedingte Gegner sind wie etwa Nazis und Faschisten um damit den direkten Bezug auf die Landtagswahlen in Sachsen zu nehmen und die absehbare Gefahr ich weiß nicht wie die ganz aktuellen Zahlen sind dass es da eine Regierung von CDU und Nazipartei AfD gibt und wie sich dann die anderen verhalten und wie die sich zum Teil ganz unklug verhalten und manche auch so schwach dass sie so eine Rechtsentwicklung erfördern das ist ja ein riesiges Drama dass Leute die eigentlich anders denken so viele Fehler machen der Bogen ist riesig wenn ich die Produktionsweise um zu dir zu kommen ich habe dann am Ende ungefähr geahnt was du meintest eine Produktionsweise ist was anderes als eine Ideologie und selbstverständlich wenn die Ideologie eine sozusagen die Denkform das Konzept ein entwertendes ist und die Menschen niedermacht und in die Menschen aufteilt die zur Vernichtung freigegeben werden können oder sollen sei es aus ökologischen Gründen oder anderen dann ist das zu bekämpfen und selbstverständlich eine Produktionsweise zu bekämpfen deren innere Logik es ist Mensch und Natur maximal auszubeuten dass das beide beides verschiedene Dinge sind ändert nichts daran dass sie auch ganz eng miteinander zusammenhängen weil so eine Produktionsweise eben alle Formen alle Konzepte von Entwertung stimuliert also die die Überflüssigkeit von Menschen führt dazu dass sie in ihrem Wert sozusagen degradiert werden dass man sagt überzählig wenn wir erstmal so viel Automation haben so viel Automatisierung haben dass wir noch weniger Menschen brauchen was machen wir denn dann mit den anderen die keine Arbeit finden wird das nicht solche Diskussionen von Nützlichkeit gibt es ja auch nicht nur gegen alte Menschen sondern auch gegen die die dann nicht mehr produktiv brauchbar sind was machen wir denn mit denen müssen wir die wirklich durchfüttern und da gibt es so Diskussionen und das ist der eigentliche leichter leider scheußliche Hintergrund von so Sachen wie Grundeinkommen und so weiter dass man die eine Seite darüber diskutiert angesichts der absehbaren Überflüssigkeit eines großen Teils bisher noch lohnarbeitender Menschen muss man gucken dass sie nicht so tief im Elend sacken dass das den Slums der Industrialisierung entspricht also müssen sie auf dem niedrigsten Level ruhig und still gehalten und irgendwie schlecht und schäbig gefüttert und gekleidet werden das ist das eigene Modell glaubt doch nicht dass ihr ein Grundeinkommen durchsetzen könnt angesichts der gegenwärtigen Kräfteverhältnisse in denen Menschen sich entfalten würdig leben an Bildung und Kultur teilnehmen können ihre Kinder fantastisch ausbilden können optimale Gesundheitsversorgung so wird es nicht laufen weil die Kräfteverhältnisse im Moment die Machtverhältnisse sind wie sie sind das ist das Bedauerliche also bekämpfen musst du alles was Mensch und Natur kaputt macht egal ob es eine Produktionsweise ist oder eine Ideologie die zu ihrer Entwertung beiträgt wohin und wie ist ja die Frage es gibt manchmal Veranstaltungen da sagen dann Leute so Sachen zu mir wie ja also verdritt wird eigentlich lebe ich ja ganz gut und ich bin eigentlich ganz zufrieden ich weiß ja schon dass es anderen Ländern anderen Menschen woanders schlecht geht und das ist nicht so schön und ich bin ja eigentlich nicht dafür aber eigentlich soll es so bleiben wie es ist weil es mir ganz gut geht aber wenn sie mir jetzt eine Gebrauchseinweisung ein Rezept geben in dem drin steht wie ich das ändern kann ohne dass es mich allzu viel Anstrengung kostet und Irritation meines normalen Lebens dann würde ich das ja vielleicht machen als ein guter Mensch der ich auch sein will und so funktioniert es natürlich nicht sondern wenn man das verändern will dann braucht man diese Kombination von Auseinandersetzung mit der Gesellschaft also wissen auf welchen Kämpfen unsere Kämpfe heute beruhen welche Menschen welche Bewegung uns vorausgegangen sind aus deren Schultern wir stehen welche theoretischen Striffstücke es gibt die Bewegung vor uns angefeuert haben und wir haben ja gesehen wie modern manche dieser sogenannten Klassiker sind und wie viel sie heute noch sagen können das weiter zu entwickeln und das auch zu trennen das was über sozusagen überholt ist weil es technisch nicht mehr passt und das sozusagen zu übernehmen und zu bearbeiten und Neues daraus zu entwickeln also an der eigenen Geschichte praktisch wie theoretisch anzuknüpfen und dann die neben dieser theoretischen Arbeit und das ist natürlich Stress ich weiß viele Menschen lesen nicht gerne Bücher mit anstrengender Sprache es ist nur notwendig es zu tun je jünger ihr seid desto früher fangt damit an und tut es mit anderen Menschen gemeinsam vielleicht auch in Gruppen mit unterschiedlichem Kenntnis und politischem Bildungsstand es geht nicht anders es geht auch deswegen nicht anders weil die Praxis wenn sie getrennt von der Analyse in der Gesellschaft läuft zu schnell in falsche Richtung geht weil strategisch falsch angesetzt wird weil nicht verstanden wird dass eine bestimmte Art von Auseinandersetzung in die Falle der Repression läuft wer will schon gern im Knast landen die Zeiten werden härter das heißt man muss sehr gut überlegen nicht nur neue Polizeiaufgabengesetze kennen sondern auch wissen was die Voraussetzungen sind wie sich ein Konflikt in der Gesellschaft ganz schnell so entwickeln kann dass die Bedingungen sich verändern und das kann man nur wenn man neben der Aktion eben gleichzeitig den Verstand und die Analysefähigkeit trainiert und die allerwichtigste Waffe überhaupt die Kritikfähigkeit es nützt überhaupt das habe ich ja vorhin schon gesagt sozusagen sagen okay wir wollen ja alle ungefähr das gleiche das ist eine furchtbar dumme Illusion manche Menschen hätten gerne bessere Welt und wollen gar nichts dafür tun die wollen dann nicht das gleiche wie diejenigen die sich neben ihrer anstrengenden Lohnarbeit oder Ausbildung jetzt schon zusammen tun und einen Großteil ihrer ihrer sogenannten Freizeit dafür hergeben sich zu organisieren mit anderen Menschen zusammen andere zu unterstützen und sich weiter zu entwickeln in Projekten und in Vorschlägen das ist ein Unterschied und ich bin nicht eine die sozusagen sich jetzt an die Leute so ransülst und ranwanst und sagt ja ja klar ich bin die verständnisvolle Politiker ach nee ich fange erst morgen an die jetzt sozusagen einfache Empfehlungen gibt mit denen jetzt jeder mit einem warmen Herz nach Hause geht nein mir kommt es bei solchen Veranstaltungen habe ich auch ein Interesse und zwar das Interesse in so einem Publikum die Menschen zu finden die Interesse an solchen Gedanken haben die Interesse an einem ernsthaften Engagement haben daran mit anderen zusammenzuarbeiten dass es besser wird in dieser Gesellschaft dass zumindest die größten Gefahren das ist im Moment Faschisierung in Europa und Klimakatastrophe zum Beispiel neben Armut und Verelendung und vielen Formen von Unterdrückung und Diskriminierung dass man dagegen gemeinsam kämpft und es gibt so viele Punkte wo man ansetzen könnte das heißt das gemeinsame Klugwerden führt dann wenn es gut läuft in der Praxis auch dazu dass man strategisch kluge Entscheidungen trifft man kann nicht 100 Kämpfe gleichzeitig führen das geht über unsere Kräfte wir sind in dieser Gesellschaft eine Minderheit dieser Tatsache muss man sich stellen und je qualifizierter diese Minderheit ist desto stärker kann sie in diese Gesellschaft hineinwirken das ist unsere Verpflichtung aber der Weg den manche Linke in der Geschichte gegangen sind zu sagen wir müssen jetzt wie heißt der schöne Spruch ich hasse ihn so sehr wir müssen jetzt die Menschen da abholen wo sie stehen es klingt so nett und ist so dämlich weil es ja bedeuten kann man geht ich bleibe mal in der Metapher wir gehen an die Bushaltestelle also überall da wo vielleicht Menschen gerade rumstehen kommen in alle möglichen Gespräche die sie irgendwie planlos ergeben und sitzen am Ende in einem Bus der nach einem Fahrplan fährt über den wir entscheiden der Busfahrer trägt vielleicht eine braune Uniform und wir sind in Diskussionen verwickelt die uns keinen Schritt weiter bringen das heißt man muss selber einen Plan haben und diese Orientierung manche linke Gruppen in manchen Städten ich meine jetzt niemanden den ich in Dresden kenne wirklich nicht sondern es gibt manchmal also in Teilen der interventionistischen Linken etwa wenn ihr die kennt die ich in manchen Ende Gelände finde ich eine tolle Aktion und manches oder vieles was die machen finde ich sehr gut aber die haben in Teilen der Organisation das sogenannte Massenkonzept das heißt wir organisieren auf viele Füße hin wir müssen viele werden dann fühlen wir uns stark und dann kommen Konflikte und dann merkt man in den Köpfen sind so verschiedene Muster ob es nun in der Frage des Antisemitismus ist in der Frage des Sexismus in der Frage wie man eigentlich sich ersetzt ob man da ganz brav ist und eigentlich nur betet oder ob man eine Besetzung macht eine Blockade macht so viele Unterschiede dass dann im Konfliktfall unter starkem Druck alles zusammenbricht und man die Leute wieder verliert wenn man nicht nach Interessen organisiert wenn man nicht danach natürlich soll man dann versuchen viele zu werden aber die selbst der Selbstbetrug der darin liegt zu sagen wenn wir nur die richtigen Tricks anwenden dann sind wir plötzlich eine Masse das ist in dieser Gesellschaft nicht so und das ist in bestimmten Regionen dieses Landes gerade auch in Sachsen noch härter und noch schwerer als anderswo weil die Bedingungen in diesem Land naja gut in Teilen von Bayern sieht es auch nicht besser aus da sind nur viele Leute viel reicher so gesehen die sozialen die sozialen Voraussetzungen sind anders deswegen äußert sich das anders behäbiger und satter und arroganter und so weiter und in Norddeutschland ist es wieder anders und in armen Regionen in Nordrhein-Westfalen ist es wieder anders deswegen es gibt schon unterschiedliche Kampflagen oder Auseinandersetzungslagen so das heißt die Frage nach dem wohin hat immer damit zu tun ob man sich auf diese Herausforderung einlässt also ich will natürlich den Kapitalismus abschaffen das sage ich so und ändert er sich dadurch nein das heißt ich muss einen Plan haben der Plan hat kurzfristige Schritte das heißt das was ich etwa weil ich schon irgendwie so seit 40 Jahren politisch aktiv bin etwa eben nicht erst ab morgen das wäre ein Missverständnis etwa im kommunalpolitischen Bereich das Beispiel habe ich vorhin in der Mittagsdiskussion schon gebracht weil es einfach so klassisch beleuchtet worum es geht ich habe ich kämpfe für kleine Sachen im alltäglichen Leben also mehr Fahrradwege eine bessere Gesundheitsversorgung eine bessere Versorgung von Frauen die vergewaltigt worden sind also lauter Sachen die nicht sofort eine Revolution auslösen aber ich überprüfe alle diese kleinen Schritte danach ob sie dem langfristigen Ziel irgendwie entgegenstehen stofflich oder ideologisch wenn ich da was mache und das hieße das hieße in der Kommunalpolitik zum Beispiel ich würde diese berühmten 10 Kilometer Fahrradweg mehr dadurch erkaufen dass ich gleichzeitig in einem Kommunalparlament weil die Abstimmungen die Stimmenverhältnisse gerade so sind gleichzeitig etwa der Privatisierung der Energieversorgung zustimmen muss oder irgendeiner anderen Schweinerei dann muss ich die Bilanzzene sagen dann kann ich das nicht und zwar deswegen nicht deswegen weil ich fundamentalistisch wäre oder irgend so ein Quatsch sondern deswegen weil ich ziemlich genau weiß ich was ich will und ich will sicher nicht ein paar Kilometer Fahrradweg als Bonbon dafür dass ich einer privatisierten Struktur in der Energie Wasser oder sonst was Versorgung gegenüberstehe weil das weitreichendere Folgen für die Menschen hat so gehe ich an die Schritte ran aber ich habe im Hintergrund immer die langfristige Zielbestimmung dass ich eine Gesellschaft haben will in der Menschen selber entscheiden können wie sie leben was und wie sie produzieren und wie sie miteinander sich vergesellschaften das ist sozusagen immer dahinter es ist aber kein dogmatisches Gesellschaft einer heldenhaften Zukunftsform die ich mir fix vorstelle nein das sind Prozesse von Erfahrung von sozialem Lernen wie Marcuse das nennt habe ich jetzt irgendwas nicht beantwortet was von euch kam wir könnten noch eine Runde machen wenn ihr das wollt ah die Lebenserwartung es gibt immer wieder Studien und die sind einfach in den Erkenntnissen ganz klar wenn du dir sozusagen als groben Vergleich anguckst die durchschnittliche Erlebenserwartung von Menschen in Afrika liegt Jahrzehnte unter der eines durchschnittlichen Deutschen und wenn du dir Studien anguckst die es ja gibt etwa im Versicherungsbereich oder im Gesundheitswesen die kommen alle paar Jahre mal raus dann wirst du finden das habe ich früher als Medizinsoziologin sozusagen auch beruflich gemacht dann wirst du immer einen Zusammenhang finden zwischen gesellschaftlicher Lage und Lebenserwartung etwas mit Ernährung mit Selbstbestimmung aber auch mit dem Grad an Stress und so weiter zu den Menschen ausgesetzt sind der Angst die sie um ihre Zukunft haben müssen das alles ist lebenszeit mindernd und da gibt es einen direkten sozialen Zusammenhang ja sag ich doch was war dann die Frage okay dann habe ich vielleicht jetzt das Missverständnis aufgelöst vielleicht aber ist doch jetzt jetzt ist es doch klar okay das ohne Quelle rede ich auch über so ein konkretes Beispiel nicht da müsste ich mir sagen welche Sendung und irgendwas ja das ist ja nicht so wichtig weil es im Kern so ist dass bestimmte Berufsgruppen und bestimmte Ausbeutungsformen bestimmte Lebensformen einfach dazu führen dass die Menschen kürzer leben leider das ist so und das ist ja ein Teil der Notwendigkeit zu sagen dass man so eine Gesellschaft nicht haben will in der das so vorkommt Hallo Hallo ja also wir wissen ökologische Frage ist untrennbar mit Kapitalismus mit Kapitalismuskritik verbunden völlig klar völlig einleuchtend warum muss ich hier in Dresden in den Keller der Schauburg gehen um sowas zu diskutieren warum findet kein gesellschaftlicher Diskurs darüber statt ja also ich habe den Eindruck ich gehe morgen wieder auf Arbeit und ich diskutiere über Ökologie aber diese untrennbare Kapitalismuskritik hineinzubringen das fällt so schwer oder es ist so unklar und keiner versteht es und in den in den bei den Parteien zur Europawahl spielt das auch überhaupt keine Rolle ja null stimmt warum ist das so ja also ich kann ja wirklich die ökologische Frage ja völlig klar nicht trennen von der Kapitalismuskritik und warum warum ist das so ja warum sind wir so warum reagiert keiner darauf warum reagiert keiner darauf genau ja hier vielen Dank für deinen Vortrag ich habe eine Frage oder vielleicht einen Aspekt den du wenn du Lust hast nochmal ein bisschen weiter ausführen könntest du hattest es ja ein bisschen in der Peripherie schon angesprochen von der vom linken oder linksradikalen wissen von der Tradierung von der Standortsbestimmung und mich würde interessieren also wie gerade Zugänge zu Bildung jenseits quasi diese innerlinken Debatte und die natürlich total wichtig ist um sich eben zu positionieren um dann in die Homöopathie abzukleiden und irgendwie diese Selbstbeweigerung ich fand das total schön dass du das gesagt hast vielleicht kannst du das einfach nochmal ein Stück ausführen weil da befindet man sich ja eigentlich ganz dialektisch irgendwie man in welche Richtung meinst du das ich glaube du hast was bestimmtes Schulen tatsächlich Kindergärten Vereine etc. pp also man muss sich ja dann doch mit Leuten unterhalten denen man sich vielleicht nie unbedingt unterhalten will aber man kommt ja weil man eben diese Wissensbestände angehäuft hat ja nie unbedingt immer umhin das irgendwie auch zu tradieren in andere Kreise und vielleicht kannst du da einfach nochmal was sagen ok danke ich habe jetzt keine Frage in dem Moment sondern möchte was zu dir sagen mit Kapitalismuskritik ich erlebe seit Jahren das eigentlich ständig ich habe sehr viele Begegnungen mit Menschen wo wir uns zu zweit zu dritt zu viert im Kleinen im Alltag sehr sehr lange unterhalten zu dem Thema und ich kann nur sagen dann musst du mal mit mir mitgehen eine Weile ja der ist der findet bei uns natürlich eher im Kleinen und Privat statt aber das ist natürlich auch wichtig öffentlich du hast jetzt dann von der Arbeit noch gesagt dass du da hingehst und da wird nur über Ökologie geredet ok waren Angebote vielleicht ich glaube seine Frage war noch ein bisschen weitreichender gemeint als nur dass es sich auf euch beide jetzt erweitert ich habe es schon verstanden ok wenn du sagst dass unser los ist dass wir möglichst scharf Analyse betreiben sollten also um uns vorzubereiten oder auf eine Zukunft oder auch auf die Gegenwart und dann möglichst zeitig damit anfangen sollten schwere Texte zu lesen gibt es da vielleicht noch eine andere Option auch so schwere Texte zu also ich ich meine das ernst was wäre denn deine Option naja ich habe nichts gegen schwere Texte aber ich denke das ist eine Hürde und vielleicht gibt es eine Option diese Hürde auch mit ein bisschen abzubauen um vielleicht ein paar mehr Leute zu erreichen die potenziell Interesse dran haben an diesen Inhalten aber möglicherweise durch so Leute wie mich abgeschreckt sind wenn ich in so einer geistes wissenschaftlichen Sprache drüber spreche gut dass ich das Missverständnis klären kann gleich wolltest du Hallo vielen Dank für den Vortrag und meine Frage wäre welches alternative Wirtschaftssystem würdest du vorschlagen oder welches schwebt dir vor wenn Kapitalismus durch Reformen nicht genau bewältigbar wird also wenn wir uns diese Frage ernsthaft stellen können wären wir schon ein ganzes Stück weiter das ist jetzt mir fast zu abstrakt aber ich sage da gleich was zu ich möchte die Frage von dem langfristigen Ziel und kurzfristigen Ziel noch ein bisschen aktueller diskutieren wir haben eine sehr wichtige und verdienstvolle Bewegung da draußen Friday for Future die auf die Klimakatastrophe aufmerksam gemacht haben was viele die vorher politisch aktiv waren nicht auf die Reihe gebracht haben das ist das eine ich finde das toll dass diese Bewegung stattfindet die andere Seite ist und da geht es eben schon darum was für einen Kenntnisstand hat man von der Gesellschaft in der man agiert und welche Forderungen stellt man und da ist eben die Frage ob eine der zentralen Forderungen dieser Friday for Future nämlich die CO2 Steuer ob das eine kurzfristige Forderung ist die mit dem langfristigen verbunden ist oder um es deutlicher zu sagen ich bestreite dass die CO2 Steuer überhaupt irgendeine Wirkung hat wir haben jetzt Zertifikate Klimazertifikate gehabt das ist nur eine korrupte Umverteilung innerhalb der Industrien Europas gewesen konnte man gerade in den Zeitungen wieder nachlesen dass sie völlig gescheitert sind Deutschland ist jetzt mit über 33 Milliarden im Minus weil sie es nicht schaffen das in Griff zu kriegen und die dürfen einfach die kriegen Verschmutzungsrechte ist das der richtige Weg in die Zukunft ich glaube nicht und da diese Dialektik von lang und kurzfristig um die beurteilen zu können einerseits ist die Action wichtig und einerseits ist diese dauernde Aktivität was befördere ich mit meinen Forderungen dass die Parteien die etablierten das toll finden ist klar die können so weitermachen eine Steuer sie müssen nur den Bürgern noch verkaufen dass eine CO2 Steuer sozial machbar ist und wenn die das glauben dann kann man das auch umsetzen und wenn es nachher nicht funktioniert wenn die Klimakatastrophe weitergeht naja gut Pech gehabt hat irgendwie nicht geklappt also du hast das mit dem Fahrradweg gebracht aber mir ist es wichtig jetzt auf diese aktuelle Bewegung das zu diskutieren so sehr ich diese Bewegung schätze so schwierig ist genau diese zentrale Forderung und ja vielleicht wäre es gut wenn man dazu nochmal was sagen könnte was da die Alternative wäre wo man wirklich was erreichen könnte wenn man gegen die Klimakatastrophe ernsthaft vorgehen will ohne dass man das System gleich abschafft also eine Zwischenforderung innerhalb dieses hier wo wir leben gibt es da nichts wirkungsvolleres ich glaube schon okay dann mache ich erstmal eine Antwortrunde das war jetzt auch schon wieder ziemlich viel Stoff und ich hoffe ich kann meine eigene Schrift lesen deine sehr interessante Frage ich weiß ja der Name nicht deswegen sagen so man geht hier warum muss das in der Schauburg stattfinden warum gibt es nicht gewissermaßen im täglichen Leben und als Normalzustand dass man regelmäßig auch über solche Fragen so habe ich dich verstanden also was die konkreten Sachen in Dresden sind weiß ich nicht weil ich mich hier nicht gut genug auskenne in anderen Städten könnte ich verschiedene Antworten geben es wären in den einzelnen Städten auch unterschiedlich in Berlin ist die Szene vielfach gespalten und streitet sich oft über Nebensächliches in Hamburg sind die Diskussionen innerhalb der interessierten kritischen linken Kreise etwas stringenter da gibt es eine andere Tradition dahinter sozusagen linke Arbeiterbewegung und sowas alles in Süddeutschland in Südbaden ist wieder sozusagen hohes Einkommen alles relativ satt und auch Teile der Linke sind gut eingebunden das ist überall ein bisschen anders also konkret du hast vollkommen recht damit dass es sein muss es ist doch zum Beispiel gegenwärtig so dass im Rahmen von ökologischen Problemen das gibt es weder in Dresden noch in Hamburg noch anders vor gegenwärtig glaube ich vielleicht habe ich was übersehen zum Beispiel nicht darüber gesprochen wird was eigentlich die ökologischen Arbeitsbedingungen die gesundheitlichen Arbeitsbedingungen von Menschen sind die bei Putzkolonnen arbeiten was die jeden Tag an tödlichem Dreck einarten interessiert keinen guten Bürger dessen Wohnung oder Geschäftshaus da geputzt wird es hat keine Aufmerksamkeit auch in dem Sinn ist die ökologische Frage ein Teil der sozialen Frage es ist aber so dass wenn wie soll ich das ausdrücken wenn man merkt also wenn man mit Leuten redet und sehr viel mehr als ich das heute Abend bei dieser Art von politischem Vortrag machen wenn ich also sozusagen irgendwo konkret bin und ich habe ich habe früher viel im Krankenhaus gearbeitet oder anderswo und ich dann über konkrete Sachen spreche und aufkläre über eine bestimmte Sache werde ich immer in allen entscheidenden Fragen merken dass die Aufklärung irgendwann so wie so eine Gummiewand läuft also ich habe Menschen über Sache informiert und sie stimmen mir zu sie diskutieren mit mir und am Ende sind wir uns einig irgendeine Sache was weiß ich ob nun in der Landwirtschaft oder sonst wo ist ganz schädlich für Menschen und für Natur sollte man nicht tun und dann wird es aber nicht geändert und du fragst dich warum ist das so das hat damit zu tun und das zieht sich durch die ganze politische Auseinandersetzung durch dass die Aufklärung da an Grenzen stößt und meistens an schweigende Grenzen stößt wo ein Interesse vorhanden ist den bisherigen Zustand zu lassen sei es aus geschäftlichen Gründen aus ökonomischen Gründen aus Gründen der Vermeidung sozialer Unruhen oder der Irritation des gewöhnlichen alltäglichen Lebens ganz verschiedene Gründe haben Menschen da um wie sie hinten sagte das versuchte zu formulieren mit dem anderen Ebene in einem Betrieb du gute Vorschläge machst und einfach nicht weißt warum die nicht umgesetzt werden dann hat das fast immer ökonomische Gründe oder die anderen die ich genannt habe das ist die objektive Grenze der Aufklärung das zu durchbrechen geht nur wenn du die Aufklärung verbindest mit einer politischen Auseinandersetzung mit einem sozialen Kampf mit einem Streik mit politischer Aktion in dem du eine öffentliche Situation herstellst auch und da bin ich eine unbedingte Anhängerin von in bestimmten Momenten so zu provozieren dass die Leute die ihre Interessen etwas zu verhindern die das nicht aussprechen wollten plötzlich rausplatzen und sagen warum sie was nicht wollen weil das einen enorm aufklärerischen Charakter hat wenn du das aus ihnen raus kitzeln kannst weil dann ist es auf der Tagesordnung dann können die anderen segen dass es eigentlich darum ging und da kannst du dir bevor du das hinkriegst kannst du dir oft den Mund fusselig reden und es wird sich überhaupt nichts ändern also da hast du vollkommen recht da bin ich ganz auf deiner Seite muss man Räume schaffen in denen sowas immer wieder besprochen wird weil die Erkenntnislagen unterschiedlich weil wir verschieden alt sind unterschiedliche Erfahrungen haben unterschiedliche einzelne schwere Theorie liest aber die Gruppen in denen politisch gearbeitet wird sollten so organisiert sein dass die Auseinandersetzung mit Geschichte mit Gesellschaftsanalyse einen hohen angesehenen Stellenwert hat nicht jeder muss das gleiche machen aber es wird immer Leute geben die das gern tun und die dann versuchen können das den anderen zu übersetzen deren Zugang schwerer ist wenn man das in eine Struktur bringt was dass sich die einen die mehr Erfahrungen haben bringen den anderen die das nicht haben oder den Zugang nicht so leicht finden in Form von solidarischen Seminaren bei das ist doch was ist daran schwierig es gibt doch diese unterschiedlichen Erfahrungen überall und wir lernen alle voneinander ich bin immer absolut scharf das wird nur immer schwieriger je älter man wird ich bin unbedingt scharf auf Leute von denen ich was lernen kann und das Dumme am älter werden ist dass davon zu viele aussterben mit der Zeit von klugen alten die ich mal so kannte und das ist ein jammer aber man muss das was man von anderen gelernt hat weitergeben das ist das Prinzip und nicht dass jeder die gleichen dicken blauen bände oder irgendwelche anderen unbedingt lesen muss um überhaupt ein anerkannter politischer Mensch zu sein das war nicht gemeint das wäre ein großes Missverständnis und ich bin auch nicht der Meinung das wäre also als ich vorhin so ein bisschen gespottet habe über die Sache man muss bei jedem Menschen da anknüpfen wo er gerade steht und überall hingehen und die alle verstehen also den Spott könnte ich noch endlos weiter treiben weil ich das da setze ich gerne Provokationen weil ich dieses Wir Verständnis und wir dürfen unsere Nachbarn nicht erschrecken man ab und zu versuchen durchzubrechen und auch Trennung zu machen von Menschen die nicht gut für einen selber sind aber ich bin unbedingt und es wäre ein Missverständnis das falsch verstanden zu haben dafür dass Menschen in populäre Sprache nicht populistische Sprache in populäre allgemein verständliche Sprache übersetzen was sie an spezifischem Wissen haben und das einbringen in Gruppen in Zusammenhänge in Diskussionen in öffentliche Diskurse wenn sowas stattfindet ist das extrem gut und es gibt manchmal Probleme zum Beispiel ganz alberne Probleme wo Leute die von irgendeiner Sache nichts wissen dann sowas von frustriert sind dadurch dass andere von etwas was wissen dass sie dann anfangen so Metaebenen aufmachen also so Psychofragen stellen so sagen ich fühle mich jetzt von dir dominiert also halt mal runter tu mal so als wüsstest du das nicht damit wir uns irgendwie auf gleicher Augenhöhe befinden so ein rückschrittliches so ein kindliches Verhalten muss zum Beispiel in Gruppen scharf kritisiert werden man muss eine Neugier haben und eine Bereitschaft haben sonst bringt eine Gruppe gar nichts von anderen Menschen zu lernen das heißt nicht dass man alles von denen glaubt was die sagen natürlich muss man das zerlegen und zerfetzen und hinterfragen und kritisieren das gilt immer den Verstand zu gebrauchen heißt kritisch zu denken und heißt auch zu kritisieren und zu analysieren und ich finde auch das ist ein Freundschaftsdienst wenn ich Menschen nicht kritisiere obwohl sie müssen sagen dann können diese Menschen davon ausgehen dass ich sie nicht ernst nehme also ohne eine Auseinandersetzung gibt es einfach keine erwachsene Beziehung zu anderen und ich finde es sehr wichtig dass in den Gruppen die sich erst mal untereinander treffen und da komme ich dann wieder zu dir dass dann Wege gesucht werden das auf eine andere Ebene zu bringen das heißt wenn hier in Dresden Gruppen so eine Diskussion wie heute Abend vorbereiten und das anzetteln und mit dieser anstrengenden Referentinnen Verträge machen und die dazu bringen gleich zweimal in Dresden aufzutreten dann könnt ihr die doch nur loben und preisen sofern ihr euch für das Thema des heutigen Tages interessiert weil die das geschafft haben eben das in die Schauburg zu kriegen oder daraus was zu machen wenn euch der Stoff überhaupt interessiert also da haben ja schon Gruppen eine Voraussetzung geschaffen für die Öffentlichkeit dieses Diskurses und das finde ich hoch anerkennenswert wenn so eine Struktur ja genau alternative Wirtschaftsform also ich kann jetzt alles mögliche sagen was ich ich mag Kapitalismus nicht ich glaube das ist relativ deutlich geworden ich halte viel von klugen Planungen für Gesellschaften in denen wir künftig gerne leben wollen wo man das Arbeiten und das Wohnen und die gesellschaftlichen Beziehungen gut organisiert das heißt es wäre sowas wie eine intelligente soziale und ökologisch vermittelte Form der Planung ich weiß das ist ein höchst belasteter Begriff weil es so Schwachseins Planung gab wie in bürokratischen Kommandowirtschaften die sich dann auch noch sozialistisch nennen ich hoffe ich habe aber ich habe das ziemlich gut untersucht und mir angeguckt was das eigentlich bedeutet zentrale Planung die von abgehobenen Behörden für Menschen gemacht wird und was dann unten ankam im Sommer eben der Winterstiefel und irgendetwas in Massen was keiner mehr brauchte weil es das im Sommer vorher auch schon in Massen gab und dafür wurden Mittel verschwendet und Ressourcen verschwendet und lauter so ein Quatsch das heißt eine kluge Planung und wie das dann aussehen wird ich habe über ich kann mir vorstellen wie eine Stadt sehr gut wie ein gutes Verkehrssystem aussieht ich kann mir gut vorstellen wie ein nicht profitables Gesundheitswesen was zum obersten Ziel hat dass Menschen dabei wirklich gesund werden und nicht nur wieder arbeitsfähig hergestellt oder gar kränker gemacht ich habe viele Vorstellungen bei bestimmten Bereichen wo ich mich gut auskenne und andere Menschen haben das für Bereiche in denen sie sich gut auskennen wie man Produktionsabläufe verändert zum Beispiel damit sie weniger Gift produzieren und 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 aber ich denke nicht daran die Frage so zu beantworten dass ich sage hier ist meine Zukunftsgesellschaft folgt mir ich weiß den Weg ich setze zu sehr in einem emanzipatorischen antiautoritären Sinn auf den Prozess des sozialen Lernens den man wunderbar bei dem von mir sehr hoch geschätzten Herbert Marcuse nachlesen kann wie dieser Prozess ist und wir können feststellen wir haben das meinte er mit Ende der Utopie wir haben eine Gesellschaft in der beides fast gleich entwickelt ist das Potenzial gute Gesellschaften menschliche Gesellschaften hinzukriegen die auf die Natur die angemessene Rücksicht nehmen und wir haben gleichzeitig alle Techniken entwickelt um diese Erde zu zerstören nicht wir sondern das Kapital das ist alles da und das meint er mit Ende der Utopie und es ist jetzt eine Frage von Auseinandersetzung mit großes Interesse dran dass in dieser Auseinandersetzung unsere Seite die klügere ist und dann auch die besser organisierte um die Punkte zu finden wenn eine nächste Weltwirtschaftskrise kommt und es gibt Anzeichen dass das sein kann niemand weiß es gibt auch da kein Automatismus was glaubt ihr wie die Gesellschaften in Europa darauf reagieren werden angesichts der Verschlechterung der sozialen Lage von vielen angesichts der Macht Übernahme auf bürgerlich parlamentarischer Ebene von faschistischen Parteien was dann eine nächste Krise bedeuten würde angesichts einer Klimakatastrophe dann haben wir die Nazis und die Ökokatastrophe zugleich an der Backe und da müssen wir uns sehr gut darauf vorbereiten damit wir nicht einen Teil des halbkritischen Publikums verlieren das vor lauter Schreck über diese Bedrohung nicht mehr weiß was es tun soll und sich komplett ins Privatleben verkriecht sondern wir müssen das so vorbereiten dass es Stellen gibt in denen über solche Sachen sofort wenn die Sachen passieren diskutiert werden kann damit man sich beraten kann niemand kann diese Probleme alleine lösen wir sind gesellschaftliche Wesen und wir müssen die finden die die gleichen Grundinteressen und die gleichen Grundwerte haben wie wir und da nicht gucken aufs Alter und nicht gucken auf den gleichen Musik Geschmack na gut ich sage da habe ich keine Toleranz aber über alle möglichen es geht nicht darum gemeinsame Wohngemeinschaft zu gründen mit Menschen mit denen man subkulturell auf privater Ebene gut auskommt ich kämpfe mit vielen politischen Menschen furchtbar gerne und zum Teil seit langer Zeit zusammen mit denen ich um keinen Deubel in einer gemeinsamen Wohnung leben will außer es ist eine extreme Notlage eine Überschwemmung oder sowas das hat miteinander nichts zu tun es geht nicht um Wohlfühlgruppen es geht um politische Gesellschaftsveränderung und das ist ein anderer Plan Fridays for Future vielleicht am Schluss noch also sonst beschäftige ich ich habe das heute ein bisschen anders aufgezogen sonst beschäftige ich mich sehr stark auch mit der Frage dass ich sage ich sehe da eine Bewegung mit großer Sympathie und sehe zwei Sachen mit Besorgnis das eine ist eine junge Bewegung die bevor sie richtig gekämpft hat die Niederlagen einkassiert hat klüger geworden ist andere gefunden hat mit anderen Erfahrungen sich mit denen zusammenschließt eine Bewegung die in einem so frühen Stadium zu Tode gelobt wird im Fernsehen auftreten kann deren hübscheste Repräsentanten gebildete junge Frauen aus der Mittelschicht prompt von der Grünen Partei auf Bühnen geholt werden diejenigen die fernsehtauglichen Gesichter die sozusagen elaborierten Code also sozusagen die entwickelte Sprachkultur gebildeter Mittelschicht was da alles rausgepickt und sortiert wird die Parteien suchen sich die Leute die haben einen unglaublich guten Blick nicht umsonst sind so viele Jusos geschliffen worden und wurden dann Leute wie Gerhard Schröder das heißt die Parteien die bürgerlichen Parteien haben hohe Erfahrung damit wen sie sich aus neuen jungen Bewegungen rauspicken und wen sie sich zurichten können und wer dann auf diese neue Bewegung wie einwirkt damit die brav und nicht rebellisch ist damit sie anpassungsfähig ist und damit sie ein Rekrutierungsfeld und ich sage euch hinter den Kulissen das sage ich jetzt sehr böse und sehr derb sabbern bürgerliche Parteien wenn sie diese junge Bewegung sehen sagen wie viel können wir davon kriegen als Nachwuchs in unsere Jugendorganisation so zweckmäßig so nützlichkeitsmäßig denken die über diese Bewegung und das ist nicht mein Interesse ich gucke was sind da für junge Leute die mehr wollen die zwar noch nicht in mancher Hinsicht weil sie einfach 16 oder 18 sind noch nicht so viel wissen können ist doch ganz logisch aber die zumindest so ein Grundgefühl haben sich nicht vereinnahmen zu lassen sich nicht einkaufen zu lassen sich nicht integrieren zu lassen die misstrauisch werden wenn die Medien sie allzu sehr lieb haben weil die Medien wussten bisher auch schon dass da ein großes Klimaproblem kommt wieso haben die bisher nichts gemacht wieso muss dann ein 16-Jähriger oder eine 18-Jährige irgendwo von der Kamera was sagen ja die sagt dann was weil es so niedlich ist von so Jugendlichen mit so einer Leidenschaft was sagen und so wird das dann gesehen und das was in diesem jungen Kopf drin ist ist gar nicht so groß von Interesse sondern nur die Vereinnahmbarkeit und das ist ein Ding was ich gerne als Thema habe und das andere ist dass dieser jungen Bewegung weil sie es anders gar nicht wissen kann zum Teil aber auch Rezepte sozusagen untergeschoben werden die Ablenken sollen von der Notwendigkeit in Produktionsprozesse einzugreifen der wirkliche Zugang wenn man wirklich ernst meint Klimakatastrophe ist eine eminente Bedrohung wird wahnsinnige Folgen haben ist bis zu einem gewissen Grad nicht mehr aufzuhalten es gibt noch eine kleine Zeitspanne in der man ganz besondere Formen von Zuspitzung verhindern kann weltweit wenn das ernst gemeint ist diese Analyse dann muss doch Moment es bräuchte dann muss doch darauf folgen dass man sich ernsthaft überlegt was wären die Bereiche in dieser Gesellschaft die zu verändern sind damit es möglichst schnell wirkt CO2-Steuer heißt dass es sozial zugeschlagen wird dass bestimmte Bereiche verteuert werden darunter werden Arme besonders leiden sei es ihre Mobilität öffentlicher Nahverkehr sonst irgendwas anderes Umlage ähnlich wie bei der Mehrwertsteuer und bei anderen Geschichten aber Reiche durch ihre Macht durch ihren Lobbyismus durch ihre enge Verschmelzung ihre kooperativen Beziehungen zu großen bürgerlichen Parteien die können Ausnahmebedingungen für sich raushandeln genauso wie sie riesige Mengen von Strom sozusagen für sowas von Billigpreise kriegen da würden viele arme Familien glücklich sein wenn sie nur so wenig für den Strom bezahlen müssten und das ist schon seit Jahrzehnten so wie sollen wir denn davon ausgehen dass die gleiche Chemieindustrie die gleiche Aluminiumproduktion jetzt plötzlich tatsächlich eine riesenhafte CO2-Steuer bezahlen muss die sie zwingt umzustellen was für ein Quatsch denn wäre das ist eine Ablenkung der notwendigen gesellschaftlichen Diskussion die eigentlich bedeuten müsste dass man guckt wo wird was produziert was sind diese Gebiete Metall, Chemie, Agrarindustrie, Verkehr und so weiter in denen am meisten hergestellt wird was dieses Klima ruiniert und da muss man rangehen und ganz sachlich was sachlich im Sinn von haut die ökonomischen Interessen an die Seite von denen die den Profit retten wollen da muss ran Kohleverbrennung genau da muss ran und da muss gesagt werden Kohle muss abgestellt werden und keine Diskussion darüber dass das noch 20, 30 Jahre läuft weil doch irgendwelche Probleme der Umstellung das ist schon seit 40 Jahren bekannt so lange geht das schon und immer wird abgelenkt ein kleines Beispiel in den 1950er Jahren gab es in Baden-Württemberg ein Forschungsprojekt eines Wissenschaftlers der hieß Professor Hütter der hat erforscht was Windenergie bringt dem haben sie nachdem es erfolgreich wurde das Geld entzogen der konnte die Miete und die Laborkosten nicht mehr bezahlen und deswegen wurde das eingestellt das ist später in den 70er Jahren aufgetaucht da haben wir das dann alles gelernt was es schon alles gab an denkenden Menschen die versucht haben Alternativen zu der üblichen Form der Energieversorgung herzustellen es gab alles schon das wurde in Deutschland nicht gemacht weil die Energieunternehmen eine historisch das erzähle ich jetzt nicht wo das herkommt eine so gewaltige Macht sind vergleichbar mit den Autokonzernen und der Chemieindustrie dass sie sich immer gegen diese normalen Parteien und Regierungen durchsetzen so das ist der Punkt auf den wir zielen das heißt wir sollten versuchen Vorschläge zu machen der auf die wirklichen Quellen ziehen und die dann so gut begründen dass wir die Leute überzeugen die nicht selber ökonomisch eingebunden sind die nicht Basenkekserben sind oder die nicht direkt mit Job dran hängen und deswegen Angst kriegen wenn man über Produktionsumstellung redet wir müssen also über Konversion und wir müssen über Produktionsumstellung und auch über die Einstellung bestimmter Produktion und über die Herstellung dessen was da produziert wurde das was nützlich ist durch andere Formen der Herstellung reden das wäre das Ziel einer Diskussion die überhaupt eine Chance hätte Klimakatastrophe zu verhindern oder abzumildern aber nicht der Scheiß mit CO2-Steuer oder mit ähnlichen Maßnahmen wo dann jetzt schon klar ist dass in zehn Jahren rumgeheult wird dass es leider nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht hat das haben wir alle paar Jahre wieder so einen Scheiß in diesem Land wird es ja noch nicht mal geschafft das was andere europäische Länder haben Tempolimit auf Autobahnen durchzusetzen warum wohl so deswegen werden immer Ausweichmanöver gefahren und dann werden alle draufgestürzt und deswegen gibt es im Moment ein großes Interesse daran junge ökologische Bewegungen auf diese Schiene zu schieben damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen das sollten wir als ältere Leute die es ein bisschen besser wissen und an diesen Kämpfen kommen sozusagen den versuchen auszureden jedenfalls dem klügeren Teil von denen die wirklich offen sind für so eine Ideen ich glaube jetzt reicht es oder oder wollt ihr noch eine Runde und mir soll es nicht liegen ne leider ist aber der Saal nur bis halb elf gemietet deswegen müssen wir früher war es immer der Hausmeister der dann kam und rumschimpfte und sagte seine Arbeitszeit vorbei jetzt ist die Saalmiete ja ja den wollen wir gar nicht erst kommen lassen der ist bestimmt gruselig oder vielleicht auch nicht nein ey der ist bestimmt ganz reizend immer super ne also vielen Dank nochmal an dich für deinen langen Atem vielen Dank an euch für euer geduldsames Sitzfleisch wie gesagt falls ihr weiterhin interessiert seid an linker Politik in Dresden guckt gerne auf unseren Blog kritikenact.blogsport.eu liegen auch Flyer hier da steht es noch drauf ansonsten gibt es da noch einen kleinen Spendentisch falls es euch also ne die Spende war auch also für den Raum war auch nicht so niedrig wenn ihr noch ein bisschen Geld übrig habt freuen wir uns da sehr drüber damit wir auch weiter sowas finanzieren können wir kriegen keine Gelder von Parteien oder irgendwas wir machen das alles ehrenamtlich genau und ansonsten gibt es hier auch noch einen Büchertisch falls ihr noch was nachlesen wollt was ich signiere auch wenn ihr das gerne wollt also denkt an Weihnachtsgeschenke oder sowas ja ja der Puller auf Ebay genau also ich wünsche euch noch einen schönen Abend ein schönes Wochenende und ja hoffentlich bis bald auf einer der vielen Aktionen in und um Dresden schönen Abend noch danke ỡ infiniment everybody negotiations und was jetzt ich zu